Hallo, ich bin es, der ist du. Ich werde heute mit Dominik, sag hallo Dominik. Moin moin. Diese Shotzausgabe moderieren und sie ist vollgepackt mit jeder Menge Kinostarts und Streamingstarts. Welche das sind, erfahrt ihr gleich jetzt erstmal. Ab mit dem Intro. Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Und da sind wir bei KW23. Willkommen bei den Shots. Wir bieten euch das volle Wohlfühlprogramm der Kino- und Streamingstarts. Wir haben dabei Dukos, Action, Serien. Nur Dinosaurier findet ihr heute nicht. Die Besprechung zu Jurassic World, der Neues Zeitalter, könnt ihr separat hören. Aber da hört ihr auch zwei hier bekannte Stimmen, nämlich Dominik und mich. Dominik, es war ein Ereignis, oder? Ja, es war ein Ereignis und ein neues Zeitalter des Kinos. Du hast aber nicht nur Jurassic World gesehen, du hast auch einen französischen Film gesehen. Und ich glaube meistens ein französischer Film, denn der Titel des Films ist France. Genau, subtiler geht es kaum, wo der denn herkommen könnte. Belgien, oder? Ja, auf jeden Fall, in Belgien. Ist gedreht in Brücke und gleichzeitig in Garmisch-Partenkirchen, aber vor dem Zugunglück. Unglück, nein, nein, Quatsch. Obwohl er ist wirklich in Garmisch-Partenkirchen gedreht, soweit ich weiß. Unter anderem auf irgendeinem Schloss, dem Schloss Elmau, tatsächlich. Es ist aber ein Film aus Frankreich, der auch schon letztes Jahr in Cannes lief. Und es ist der neue Film von Bruno Dumont. Der sagte mir jetzt bislang noch nicht so viel. Ich weiß nicht, hast du den Namen schon mal gehört? Mir ist es ein Begriff. Ich glaube, ich habe, glaube ich, einen Film von ihm aber gesehen. Aber mir ist der Begriff, es ist ein relativ bekannter französischer Regisseur von äußerst, ja, unbequem jetzt nicht, aber diskussionswürdigen Film, würde ich sagen. Ja, er hat ja auch vor zwei, drei Jahren diesen Zweiteiler über Jean D'Arc gemacht, den wir auch hier besprochen haben und von dem die Kollegen auch immens begeistert waren. Und jetzt sein neuer Film France in der Hauptrolle mit Lea Seydoux. Die kennt man ja aus einigen Filmen, hat man zuletzt zweimalig als Bond-Girl erlebt. Und die spielt hier eine, ja, Journalistin mit dem unglaublich subtilen Namen France, beziehungsweise France Demeur. Die ist eine landesweit bekannte Journalistin und auch berühmt berüchtigt für ihre Sendungen, wo sie unter anderem Kriegsreportagen liefert, vor allem eine maßlose Selbstinszenierung. Und selbst die Kriegsschauplätze dienen eigentlich nur als, ja, als Kulisse für ihr Ego. Und das wird aber je alles erschüttert, beziehungsweise ihre heile Bubble wird erschüttert, als sie eigentlich nur relativ beiläufig einen jungen Rollerkurier, glaube ich, anfährt. Und ja, das stürzt sie so nach und nach in eine Sinnkrise. Ja, und davon handelt der Film im Prinzip. Ist das ein Drama? Ist das eine mediale Satire? Ist das eine Komödie? Was kann ich mir jetzt genau genre-technisch darunter vorstellen? Ja, damit triffst du eigentlich schon das Dilemma des Films auf den Kopf, weil es ist natürlich irgendwo eine Mediensatire. Es ist tatsächlich auch sehr im Zeitgeist. Aber ja, irgendwann kippt der Film aber vor allem in der zweiten Hälfte wirklich schon in Richtung Melodrama, würde ich sagen. Und das vor allem auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der Film hat eine, jetzt nicht exorbitante, aber doch eine sehr lange Laufzeit. Und diese 133 Minuten, die spürt man wirklich. Aber sind etwas über zwei Stunden schon exorbitant mittlerweile? Ist das doch eher gängige Praxis? Nee, also exorbitant ist die Länge nicht, aber man spürt die unglaublich. Also er ist langatmig. Er ist langatmig. Er ist wirklich unglaublich langatmig. Lea Seydoux ist großartig. Das ist womöglich mit die beste Leistung, die ich persönlich bislang von ihr gesehen habe. Ja, sie hätte halt einen besseren Film verdient, denn so wirklich weiß der einfach nicht, wo er hin will. Es sind zwar satirische Spitzen drin, die schon echt ziemlich bitterböse sind. Also mal als Beispiel hatte ich ja gesagt, sie macht Kriegsreportagen. Und da wird am Anfang gezeigt, wie sie wirklich so Milizkämpfer, die gegen den IS vorgehen und von der französischen Regierung unterstützt werden, wie sie die förmlich rumschiebt wie Komparsen, damit auch ja alles schön im Bild ist. Oder aber später, als sie dann nach einer Auszeit und einer Reha wieder zurückkehrt ins Fernsehen, macht sie eine Dokumentation, indem sie sich als Journalistin in ein Flüchtlingsboot setzt, was tatsächlich ablegt auf dem Meer. Und später kommt dann aber raus, dass sie und die Crew das Ganze größtenteils von Weitem gefilmt haben. Und während die da ums Überleben kämpfen in dem Boot, sitzt sie genüsslich daneben in einer Luxusjacht. Das klingt für mich alles nach der französischen Variante oder Version von einer anderen sehr langatmigen, überlangen und sehr scharfzüngigen, spottenden Satire, nämlich Don't Look Up von Netflix, die Ende letztes Jahr kam. Wenn mir Don't Look Up gefallen hat, glaubst du, dass France auch was für mich wäre? Nein, definitiv nicht. Also, France will ähnlich im Zeitgeist sein wie Don't Look Up und ist es an der Oberfläche auch. Aber so gewisse Sachen funktionieren hier vor allem rein dramaturgisch nicht. Das fängt damit an, dass viele Sachen, die hier sich ereignen, also beispielsweise hier mit diesem Beitrag über das Flüchtlingsboot, also ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber da tritt halt ein Shitstorm los aufgrund eines technischen Fehlers. Und dann wird von ihrer Assistentin, die hier von Blanche Gerdin gespielt wird, gesagt, ja, also nach 24 Stunden ist sowas wieder erledigt und dann bist du die Heldin, die sich wieder aufrafft. Und dann denkt man sich so, nein, sowas ist eigentlich nicht erledigt. Sowas bedeutet heutzutage eigentlich den Karriere-Tod. Das landet nur im Internet und das Internet vergisst nicht. Und auch dann, dass sie dann in der Reha auch einen Seitensprung hat mit jemandem, der sie dann aber letzten Endes auch über den Tisch zieht und ihr Privatleben damit auskundschaftet, also ihre Privatsphäre verletzt. Ja, das kommt irgendwie alles so vor, aber es wird nicht so wirklich mit voller Konsequenz aufgezeigt. Und dann merkt man eben auch, und das ist vielleicht natürlich auch die satirische Note daran, dass diese Dame schon längst irgendwie in einer Bubble lebt, die eigentlich nur durch diesen, ja, durch diesen eigentlich relativ beiläufigen Unfall droht, endlich mal zu zerplatzen. Aber sie tut es einfach nicht. Okay, du hast gerade eben gesagt, das Internet vergisst nicht. Das heißt, es wird jetzt Zeit, dass du auch dem Internet etwas hinterlässt, nämlich dein Fazit zu France. Oh Gott, das ist wahnsinnig schwer, weil es ist ein sehr durchwachsender Film, vor allem ein sehr langatmiger Film. Also wirklich, du hättest locker eine halbe Stunde rausschneiden können. Das hätte auch dem Erzählfluss besser getan. Und unterm Strich kann man sagen, es sind interessante Ansätze drin. Und Bruno Dumont ist durchaus auch jemand, der gerne provoziert. Das merkt man auch. Aber so alles in allem ist es ein Film mit einer Lea Seydoux, die mit der Darstellung einen besseren Film und ein besseres Drehbuch verdient gehabt hätte. Okay, vielen Dank. Das war dann das erste Mal für France. Und wir hören uns jetzt mal an, was sonst noch diese Woche im Kino startet. Da hätten wir Risiken und Nebenwirkungen. Da könnt ihr hören, wie Werner und Paul den Film fanden. Dann hätten wir ein großes Versprechen. Da besprechen Andi und Lida. Habe ich jetzt Besprechen oder Versprechen gesagt? Ach, ist ja... Besprechen. Alles gut. Genau. Dann haben wir den Anime-Film Bell. Da geben Till und Luisa ihre Meinung dazu. Die Dekumentation auf Tour zu Furz. Das habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Mit Patrick und Luisa. Und dann haben wir noch Total Trash, The Toiletonic Story. Und das wird eines der großen Highlights dieser Ausgabe. Denn es ist eine Doppelbesprechung. Zwei Andis auf einmal. Was will man mehr? Und deswegen wünsche ich euch jetzt damit viel Spaß. Und wir hören uns gleich wieder. Werner ist bei mir. Und er hat mal wieder einen Film in der Sneak-Preview gesehen. Der Film heißt Risiken und Nebenwirkungen. Ist ein... Ich glaube, es ist ein deutscher Film, oder? Genau. Genau. Von Michael Kreisel. Eine Dramakomödie geht 93 Minuten. Und um was es geht, erzählt euch Werner. Ja, in dem Film geht es um die Lehrerin Katrin, die eine neue Niere braucht. Und dann steht im Raum, ob ihr Mann ihr eine von ihm spendet oder es lieber nicht tun soll, aus den und den Gründen. Und dann kommt noch ein Freund dazu, der dies auch tun könnte. Und dann wird der Mann plötzlich eifersüchtig, weil er eben nicht mehr die erste Wahl ist. Und so entwickelt sich dann eine kleine, aber recht lustige Geschichte darum, soll gespendet werden und wer wird der Spender. Ist es denn jetzt mehr Drama, mehr Komödie oder beides in einer relativ gleichen Mischung oder was würdest du sagen? Also ich würde sagen, es ist fast ausschließlich eine Komödie. Hier und da wird natürlich ein bisschen auf das Thema Nierenversagen eingegangen. Und es ist natürlich nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, wenn man drüber spricht. Aber im Großen und Ganzen ist es eine Komödie. Okay, aber ist es dann schon eine Komödie, die das dann alles sehr überspitzt darstellt? Oder würdest du sagen, also ich denke da jetzt an zahlreiche andere deutsche Komödien, die da auch mit einer ganzen Menge an Klischees arbeiten? Oder ist es eine authentische Komödie oder eine lebensnahe Komödie? Es ist eher ersteres. Also man treibt es in einigen Szenen wirklich auf die Spitze und arbeitet auch mit einigen Klischees. Was jetzt in diesem Film allerdings nichts Schlechtes ist, weil das Ganze rechtstimmig zusammenläuft. Also man erfindet das Rad hier bei weitem nicht neu. Aber es gab durchaus einiges zu lachen. Und das ist meiner Meinung nach ja schon mal das Wichtigste bei einer Komödie. Stimmt, wenn du sagst, es gab einiges zu lachen, nehme ich an, dass er auch bei dem Publikum im Saal, weil ich meine, du kommst ja dann direkt aus der Sneak oder mit Leuten im Publikum, dass er auch da ankam. Genau, das hat man da rausgehört. Und man hatte eben auch mitgekriegt im Nachhinein, dass viele vom Film positiv überrascht waren, weil man geht ja rein, weiß nicht, was kommt. Und bei deutschen Komödien oder französischen Komödien, dann geht erst mal ein lauter Säufzer durch den ganzen Saal. Und hier hat sich das Ganze dann durchaus als positive Überraschung herausgestellt. Ja, okay, gut. Siehst du, bei Komödien weiß ich immer gar nicht so, weil es ja eh in erster Linie erst mal so ist, der Humor ist ja größtenteils subjektiv. Deswegen bin ich auch einer, der bei Komödien immer so, ach, okay, ja, lass mal die anderen drüber lachen. Ich kann da meistens nicht so viel mit anfangen. Aber ich weiß gar nicht, ob man da so über Schauspieler oder über Figuren oder über irgendetwas davon reden möchte. Deswegen würde ich dich jetzt einfach fragen, du, hau doch mal noch raus, was noch so ein paar Gedanken von dir sind. Ja, so schauspielerisch ist der Film recht gut besetzt. Wir haben hier Samuel Finzi, den kennt man ja aus anderen deutschen Komödien. Also die Hochzeit oder Hotdog, Klassentreffen, Tatort. Also das ist durchaus ein bekannter Schauspieler. Der macht hier seinen Job richtig gut. Wir haben Pia Hirziger, wenn ich das richtig ausspreche. Oder eben auch die Inka Friedrich, welche man aus einigen Filmen kennt. Und deswegen ist der Cast auch auf jeden Fall gut gewählt, macht seinen Job gut. Und es ist eine sehr interessante Geschichte, wo man sich dann halt eben auch selber fragt, wie würde man in so einer Situation reagieren, wenn jetzt der Partner oder die Partnerin eben eine neue Niere braucht und man selber in der und der Situation steckt. Also ist interessant, ist lustig, ist absolut sehenswert. Alles klar. Dann würde ich schon sagen, können wir das so stehen lassen. Das klingt jetzt schon wie ein Fazit. Danke dir, Werner, für deine Worte zu diesem Film. Und ich gebe weiter in die Shots. Tschüss. Ciao zusammen. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Ein großes Versprechen. Dieser Film geht anderthalb Stunden und ob der wirklich was verspricht oder auch nicht, das kläre ich heute zusammen mit der Geheimwaffe des Tele-Stammtisch. Hi Lida. Hallo. Du bist gerade wieder mal im Lande, du warst unterwegs. Du willst bestimmt mal kurz erwähnen, wo du gewesen bist, weil das schon was ist, wo nicht jeder gewesen ist. Ich war auf den Filmfestspielen in Cannes, die jetzt vor kurzem abgeschlossen wurden. Ihr erinnert euch vielleicht noch, Ruben Östlunds The Triangle of Sadness hat gewonnen. Aber um den Triangle of Sadness geht es jetzt hier nicht, sondern um einen anderen Film aus Deutschland, wobei die Sprachen auch Deutsch-Schwedisch sind. Und zwar ein großes Versprechen. Sehr gut. Wer mehr darüber wissen will, wie es dir da gefallen hat in Cannes, der kann sich, glaube ich, auf deiner Website mal den Abschlussbericht angucken. Da finden wir den bestimmt, oder? Oh ja, da könnt ihr, wenn ihr ganz viele Rants über Cannes hören wollt, dann wer kann, der kann. Das auf meiner Website Cinematicon oder bei Rieks Filmkritiken findet ihr den Abschlussbericht und noch ein paar Filmkritiken. Außerdem bei Movie Break noch mehr Kritiken und die Einleitung. Alles im Cannes Special. Mega, alles klar. Allerdings findet ihr bei uns auf der Webseite tele-stammtisch.de. Jetzt aber zu ein großes Versprechen. Erzähl mal, worum geht es eigentlich? Der Film ist inszeniert von Wendler Nölle, die sich hier ein älteres Paar, das kurz vor der Pensionierung, genau genommen, er steht kurz nach der Pensionierung, vornimmt. Und die Dame hier, Dagmar Manzel, spielt sie. Judita hat MS, Multiple Sklerose. Während ihr Mann also noch sich voll im Leben fühlt und neue Projekte angehen möchte, muss sie erkennen, dass ihre Gesundheit immer weiter abbaut und sie nicht mehr wirklich selber Kontrolle über ihren Körper hat, was sie bis zuletzt zu verdrängen versucht. Und diese beiden unterschiedlichen Lebensmodelle, zwar ja lange, lange Jahre miteinander zusammenlebenden und liebenden, prallen jetzt hier in einer Art subtilem Alltagskampf aufeinander. Und der Tod sowohl der Beziehung als auch der von Judita, der zwar noch nicht unrundbar bevorsteht, aber greifbar ist, hängt immer mehr über der Beziehung. Da sind ja also sowas von ganz klar die beiden ProtagonistInnen im Fokus des Films. Das ist einmal Dagmar Manzel, die diese MS-Patientin spielt. Und ich bin ja jetzt ja nicht so mega versied, was die deutschen SchauspielerInnen angeht und habe mich tatsächlich auch während des Films gefragt, weil ich sie nicht sofort wiedererkannt habe, erst in der Nacht in der Recherche kam raus, dass ich das Gesicht schon kannte, weil ich mich gefragt habe, ob die tatsächlich im Rollstuhl sitzt und an der Krankheit leidet. Ich selbst habe nicht so den Bezug zur Krankheit, fand das aber schon irgendwie ganz schön beeindruckend. Ich glaube, da werden mir einzelne Szenen durchaus im Kopf hängenbleiben. Wie schätzt du denn ein, was sie da abgeliefert hat? War das für dich eine glaubhafte Darstellung von MS? SchauspielerInnen war es ausgezeichnet. Ich denke, das ist auch definitiv der Film, den nicht nur Fans von Dagmar Manzel sehen müssen. Er dreht sich auch ganz um diese Figur. Sie hat deutlich mehr Raum als ihr von Rolf Lasgaard gespielter Ehemann Erik. Wobei dann aber die psychologische Entwicklung für mich nicht ganz so schlüssig war, wie das physische Verfallsgeschehen ihres Körpers. Das waren zwei sehr verschiedene Darstellungen da im Film. Also es ging dir zu schnell mit dem Verfall? Nein, es war mehr, wie sie darauf reagiert hat. Also ihre psychologische Reaktion, die schien mir nicht so glaubhaft, wie sie das dargestellt hat, dass ihr Körper immer weiter leidet. Da ist der Film für mich oft zu sehr an bestimmte Klischees gegangen und hatte dann auch so einen unangenehmen Touch von Victim-Blaming, dass sie dann die unangenehm Verbissene, Verbitterte ist, die ihrem Mann das Leben nicht gönnt, was dann sehr deutlich das in Gut und Böse aufteilt. In der Beziehung, wer ist schuld daran, dass die Beziehung in die Krise gerät? Das war im Film eben sehr eindeutig sie, während ihr Partner mal ein bisschen als das Opfer dastand. Und diese Darstellung von Krankheit, obwohl da Wahrheit mit reinspielt, dass natürlich kranke Menschen auch, gerade wenn sie Schmerzen haben, können Schmerzen einen aggressiv machen. Man ist gereizt, man hat nicht mehr diese Geduld oder Kapazität, wie man sie früher hatte, oder depressiv, was natürlich auch Partner belasten kann. Aber dann das so sehr mit negativen Charaktereigenschaften, die direkt durch die Krankheit entstehen, zu verknüpfen, fand ich zumindest kritisch. Ja, guter Punkt. So weit habe ich gar nicht gedacht. Aber bis auf, dass es ein bisschen merkwürdig wirkte und sie nicht unbedingt dadurch im positiven Licht da stand, fiel mir das nicht auf. Aber es ist interessant, dass du das so rum sagst. Da bin ich ganz bei dir, das ist wahrscheinlich nicht sonderlich sinnvoll, gerade weil der Film ja auch in einem gewissen Rahmen eine aufklärerische Wirkung haben soll. Der ist ja irgendwie auch im Rahmen von Sonderverführungen gezeigt worden in Zusammenarbeit mit der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft. Da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie das da alles so angekommen ist und wie realistisch das ist auch im Vergleich zu realen Filmen. Die Regisseurin, in dem Fall Wendler Nölle, hat hier ihr Regiedebüt präsentiert und erzählt da wohl scheinbar, scheinbar, sie ist auch im Drehbuch beteiligt, ein Stück weit einen persönlichen Stoff. Ich weiß nicht genau, wie das aussieht, ob ihre Eltern da jetzt auch genau diese Krankheit in der Form hatte, aber ich denke schon, das ist das, was ich in der Presse-E-Mail auf die Stelle hier sehen kann. Und insofern sind da vermutlich auch, ja, tatsächlich realistische Begebenheiten oder tatsächliche Begebenheiten mit drin. Ja, das ist ja dann aber auch so, dass, wie du schon gesagt hast, eigentlich nicht nur sie im Mittelpunkt steht und auch letztlich ihre Krankheit, sondern das Ganze irgendwie vielleicht noch einen Schritt weiter geht. Es geht ja meines Erachtens auch auf jeden Fall generell ums Altwerden und um das damit zurechtkommen. Wir sehen gerade bei ihm, dass er jetzt hier seinen letzten Tag auf Arbeit hatte. Er geht jetzt in die Pension in dem Fall. Irgendwas mit Architektur hat er gemacht und jetzt ist plötzlich alles vorbei. Auch der Übergang, die Abgabe von irgendwelchen Aufgaben an Kolleginnen ist für ihn alles nicht sonderlich einfach. Und das ist mir zumindest aufgefallen, dass sie vielleicht auch aufgrund ihrer Krankheit nicht gearbeitet hat großartig. Das scheint mir dann doch so ein bisschen so zu sein, als ob er so derjenige war, der das Geld mit nach Hause gebracht hat. Das fand ich dann wiederum ein bisschen schräg. Und dass er dann auch derjenige ist, an dem halt jetzt die Exempel statuiert werden, dass dieser Übergang ins Altwerden jetzt hier auf jeden Fall auch ein großes Thema ist. Ein mindestens genauso großes Thema wie der Umgang mit der Krankheit, meiner Meinung nach. Ja, man merkt, dass beide etwas haben, was sie nicht wirklich loslassen können. Für sie ist das dieses Konzept, das sie hat, dass sie eine fitte, gesunde, aktive Frau ist. Man merkt, dass sie früher viel selbst gemacht hat im Haus, den Garten gebaut vermutlich. Das Haus als Setting spielt eine sehr große Rolle und ist auch durch Blumentapeten und sehr düstere Tapeten, die dann immer näher zu kommen scheinen, schon fast als so eine Art Grab der Lebenden gekennzeichnet. Also sehr gutes Szenenbild hier. Und dass sie nicht loslassen kann von dieser Vorstellung, dass sie immer noch fit und aktiv sein könnte, was sie nicht kann, während er nicht wirklich loslassen kann von diesem aktiven, intellektuellen, beruflichen Leben und sich sofort nach der Pensionierung neue Projekte zu suchen versucht und dann auch ein Studium anfangen möchte. Alles Dinge, für die er aber nicht mehr wirklich die physische Kraft hat. Wir haben zu dem Film jetzt sehr viel gesagt. Ich denke, es gibt Positives wie Negatives anzumerken und ich würde im Fazit jetzt gerne noch einen kleinen Punkt erwähnen. Hast du noch wichtige Punkte zum Film zu sagen? Das einzige Wichtige, was ich noch ansprechen möchte, ist, dass dieses Paar hier sehr wohlhabend ist. Die sind nicht einfach nur gut situiert, die haben ein Haus mit Anwesen und denken darüber nach, sich ein Boot zu kaufen. Die sind reich. Und dieser Wohlstand bringt die beiden in eine so komfortable Situation, dass eigentlich ihre Probleme wirklich im buchstäblichen Sinne wie Luxusproblemchen scheinen. Sie könnten sich einfach eine Pflegekraft leisten, sie könnten sich einfach eine Putzfrau leisten und all diesen ganzen Kram. Und alles ist nur so eine Frage von, wollen wir oder wollen wir doch nicht, weil wir niemand anderem Haus trauen oder sonst so ein Kram. Das ist von der Relativität von Menschen, die einfach nur normal gestellt sind oder geschweige denn arm und so schwere Krankheiten haben, meilenweit entfernt. Da wäre jeder dankbar für eine Pflegekraft oder überhaupt nur eine Haushaltshilfe. Also das ist ein sehr komfortables Leiden der gut Situierten, was wir hier sehen. Und da fällt es mir noch immer ein Stück schwerer, mitzufühlen, wenn die Lösung vieler Probleme eigentlich nur ein Anruf weit weg wäre. Das ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, Lieder. Was mir positiv gefallen hat und das ist damit auch mein Fazit, ist, dass meines Erachtens diese Chemie, dieses Miteinander von Dagmar Menzel, die die Judita gibt, und diesem Rolf Lasgaard, er heißt hier in der Rolle Erik, ich finde, das funktioniert schon. Also ich glaube denen, auch den ganzen Film hinweg, dass die sich in irgendeiner Form lieben. Deswegen ist auch die Auflösung des Films, die ich hier nicht vorwegnehmen werde, eine, die sich für mich irgendwie rund anfühlt. Und auch wenn es natürlich Höhen und Tiefen gibt in dem Film, das hat mich ein Stück weit ergriffen und das möchte ich auf jeden Fall mal positiv herausstellen. Ein Film, den man nicht im Kino gesehen haben muss, meiner Meinung nach, der tut es ganz sicher auch irgendwann mal im Öffentlich-Rechtlichen zu später Stunde. Und damit hätte ich alles zu ein großes Versprechen gesagt, der auch gerade mal 90 Minuten geht. Also tut man sich jetzt auch nicht weh, wenn man sich den mal gönnt und sich mit diesem Thema beschäftigen möchte. Wie sieht dein Fazit aus? Für mich ist es vor allem ein starkes Schauspiel-Drama. Ganz genau wie du denke ich, dass man den Film nicht unbedingt im Kino sehen muss. Ich denke sogar, dass das gesamte Konzept auf der Theaterbühne weit besser funktioniert hätte als in einem Kinofilm. Und die stärksten Momente waren für mich, wenn der Film auch gezeigt hat, wie Menschen, die an schweren Krankheiten leiden, entmündigt werden tendenziell, wie sie innerhalb des Krankenhauses oder Medizinapparats immer mehr erniedrigt werden und ihnen die Entscheidungen, die eigentlich essentiell sein sollten für ihr Wohlbefinden, immer mehr aus der Hand genommen werden. Das war für mich eigentlich auch eine Stelle, die sehr vernachlässigt wurde. Trotzdem sehenswert, allerdings mehr als Unterhaltung für Leute, die weit davon weg sind, denn als betroffenen Kino. So sieht es aus. Dann danke ich dir vielmals, liebe Lida, für deine Zeit und die Besprechung heute. Und wie gesagt, ihr da draußen, guckt unbedingt mal auf Lidas Seite, wie die heißen, wo ihr sie findet. Das findet ihr wiederum bei uns auf der Seite und lest euch mal ihren Bericht durch zu Cannes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Lida. Ciao. Ciao. So, hallo, liebe Leute. Ich bin's, die Luisa und ich habe heute den Till bei mir, der, da muss ich leider neidisch sagen, Bell angucken durfte. Ja, und ich bin schon total gespannt, was Till zu Bell sagen wird, weil ich bin ein kleiner Momoro Hosoda-Fan und der kommt auch aus seiner Feder. So, Till, hallo. Moin, hallihallo. Ja, kannst du uns ein bisschen was zu Bell erzählen? Kann ich, weil du ihn nicht geguckt hast. Ja. Ja, genau, du hattest schon gesagt, Momoro Hosoda, also zumindest die Leute, die Bell auf dem Schirm haben, ich gehe ganz stark davon aus, dass sie den Regisseur kennen von so schönen Filmen. Du hattest es vorhin schon gesagt, Arm und Yuki ist einer deiner Lieblinge. Mirai hat der gemacht. Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, den ich wirklich großartig finde. Summer Wars gab es lange bei Netflix zum Beispiel auch. Und eine von den großen im Anime-Genre, würde ich sagen. Richtig. Und in Bell geht es um die Teenagerin Susu oder Sutsu. Ich habe es gerade nicht mehr so auf dem Schirm, wie es ausgesprochen wird. Wahrscheinlich eher Susu, ja. Ja, genau, ich denke auch. Die lebt mit ihrem Vater zusammen in einer kleinen Stadt. Und ja, ihr geht es nicht so gut. Warum? Das sage ich nicht. Man kriegt das relativ schnell mit. Ich weiß gar nicht, ob es im Trailer gezeigt wurde. Ich wusste es nicht. Hier ist etwas passiert. Sie ist traumatisiert und ist extrem, extrem unsicher. Hat kaum Charakter. Traut sich nichts zu. Und es gibt in Bell, in dieser Welt, die wir dort sehen, eine virtuelle Plattform, eine virtuelle Welt namens You. Also wie unser U. Und dort klingt sie sich irgendwann ein. Und das ist im Endeffekt, ja, man steckt sich irgendwelche Plöppel in die Ohren. Tatsächlich einfach nur wie in ihr Kopfhörer. Und die messen dann irgendwelche biometrischen Daten aus. Und an deines psychischen und physischen Profils kriegst du dann ein Avatar erstellt. Du erstellst dir den nicht selber. Oh, wow. Genau, genau. Und dann sind da halt in dieser Welt alle möglichen Wesen. Manche sehen ganz normal aus. Manche sind kleine Babys. Die Figuren an sich sind relativ abwechslungsreich. Und dann kommt es halt dazu, dass sie in dieser Welt ist und eine wunderschöne Sängerin ist im Endeffekt. Also es ist wirklich sehr lange rosa Haare und kann ganz toll singen und begeistert ganz schnell alle möglichen Leute und wird zu der Pop-Ikone in diesem Facebook-Im-Bell-Universum quasi. Also in dieser virtuellen Welt. Und 5 Milliarden Menschen weltweit übrigens. Also so völlig, völlig drüber. Und die Lieder zum Beispiel, das fängt gleich mit einer Gesangseinlage an. Wirklich schön. Und ja, so ist es halt. Man hat ein bisschen in der Realität und dann wieder ein bisschen in dieser You-Welt, in der virtuellen. Und dort gibt es einen Avatar, der ist anders als alle anderen. Und wir erleben im Endeffekt die Schöne und das Biest, die Disney-Variante, nur im virtuellen Anime-Gewand. Weil das eine ist so ein bisschen das Biest und sie heißt ja nun mal auch Belle. Also der Film macht auch kein Geheimnis draus. Wer jetzt irgendwie, man kann dem Film nicht vorwerfen. Das heißt, ja, die haben aber geklaut. Diese Folklore, die französische, die gibt es aber schon. Also das Eindeutige geht es nicht. Das heißt Biest. Das Biest hat dort, wo das zu Hause ist, auch irgendwelche kleinen Mitbewohner, kleine Helferleinen. Also wie im Disney-Film auch. Er sieht schön aus. Er ist wie immer schön gezeichnet. Die Welt in der virtuellen Realität, die ist so ein bisschen extra auf, so ein bisschen Cell-Shading, 3D gemacht. Aber nur so ganz leicht. Das fand ich nicht so hübsch. Aber natürlich, um sich ganz klar abzugrenzen, das ist schon okay. War das dann zu viel oder hat es dann so ein bisschen komisch gewirkt einfach? Ja, genau. Es war so ein bisschen wie bei Wind Waker, der Zelda-Teil. So diese Art von, aber nur ganz leicht, nicht so übertrieben. Ja, die ganzen Wesen, es sieht alles toll aus. Ganz am Anfang, erste Szene, reitet sie auf einem Riesenwal, der bestückt ist mit Lautsprechern in einem wunderschönen Kleid und singt. Das ist wirklich schon eindrucksvoll gemacht und muss im Kino richtig geil sein. Oh ja, das sieht man auch nicht so klar. Genau. Muss im Kino richtig geil sein. Und wie gesagt, es ist immer so dieses, sie ist ein Nichts. Das denkt sie in ihrer echten Welt und dort ist sie halt eine wunderschöne Sängerin. Und dann muss diese Yu-Welt mit diesem Biest, was wir dort sehen, was es mit dem aufhat, verrate ich nicht. Ja, die kommen mit dem nicht klar. Diese selbsternannte Yu-Polizei ist dem dann so ein bisschen auf dem Fersen, dann wird ein bisschen gekämpft und dann lernen die sich ein bisschen kennen und so. Das ist wirklich schön und das Biest kennt, kann sich das vorstellen, wie es so ein bisschen läuft. Das ist alles wirklich ganz nett gemacht und ganz schön gemacht. Aber der Film ist leider für mich nicht zu Ende gedacht und hat ganz, ganz viele, also ich möchte nicht von Logik reden, in einer 5 Milliarden bevölkerten virtuellen Welt. Aber die Personen werden anhand ihres echten Profils quasi in Avatare verwandelt. Und der, der das Biest ist, der oder die, dem geht es auch in der echten Welt relativ beschissen, richtig beschissen. Der leidet ganz doll. Was dahinter steckt, wie gesagt, sage ich auch nicht. Und der ist halt zu diesem Biest geworden. Und der Susu geht es auch scheiße, weil sie ihr Traumata nicht verarbeitet hat, ist aber zu dieser wunderschönen Schönheit mit dieser wunderschönen Stimme geworden. Das ist eine dicke alte Frau, die irgendwie nur am Motzen ist, wird zu einem kleinen komischen Baby. Also die Daten, die dort, die biometrischen Daten, die dort erfasst werden und die dann Avatar schaffen, das ist für mich so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und die Welt sieht leider auch nicht so schön aus, weil es irgendwie nur so gelbe, grüne, blaue Hochhäuser sind. Und ich selber habe die Welt auch nicht so ganz greifen können, weil es hieß irgendwie, ja, das Biest hat schon in den Kampfarenen so nur zwei Kämpfe verloren. Super Attractor, ne? Ja, aber man sieht leider gar nichts in dieser Welt. Das war so ein bisschen schade. Aber er sieht wunderschön aus. Es ist kein schlechter Film, auf gar keinen Fall. Und des Weiteren, man muss fast nicht mehr so viel dazu sagen, außer dass halt der Konflikt in der echten Welt und das Trauma halt irgendwie versucht wird zu verarbeiten. Und das sind so zwei, drei Handlungsstränge, die nicht so ganz zusammengeführt werden. Aber das ist schon alles wirklich ansehbar. Also man kann ja über negative Dinge leider irgendwie immer mehr sagen als über die positiven, weil gerade über die positiven möchte ich jetzt auch nicht mehr zu viel sagen, weil es uns auch zu viel verrät. Die Geschichte spoilert, ja. Nee, verstehe ich total. Und was ich auch ganz interessant fand, Mamoru Hosoda hat ja selber auch keinen Hehl daraus gemacht, dass er, dass es die Geschichte von Die Schönen und das Biest aufgreifen wird. Weil das war ja ein riesen Traum von ihm. Er hat ja auf die Umsetzung dieses Films über Jahre, über so viele Jahre hingefiebert. Und da wollte das ja unbedingt mal in so einem anderen Kontext reinsetzen und so ein bisschen den modernen Touch reinbringen. Und das trifft ja eigentlich auch so durch und durch. Und das mit der Sängerin finde ich ganz witzig, weil Susu und Bell, das heißt ja glaube ich beides Glocke. Genau, eigentlich heißt sie glaube ich auch nur Bell mit zwei L und nicht mit E hinten. Das kommt dann noch irgendwie dazu. Genau, ja, richtig. Ja, ja, und dann macht das mit dem Singen halt natürlich auch irgendwie wieder Sinn. Ja, ja, komplett. Finde ich total süß durchdacht, ja. Ja, und es kommt auch raus so ein bisschen, okay, anscheinend konnte sie vielleicht mal singen. Vielleicht hat sie die Stimme verloren durch das Trauma, dass sie in der frühen Kindheit, sie muss so sechs gewesen sein, als das Ereignis passiert ist, gewesen sein. Und dann hat sie anscheinend nie mehr gesungen oder sich nicht mehr getraut, weil sie wirklich nur so ein graues Mäuschen ist. Ja, ihr Sonntag ist vielleicht verloren, so auf die Art. Ja, genau. Und das ist alles wirklich, wirklich ganz, ganz schön gemacht. Aber was mich halt so gestört hat, war, dass es nicht zu Ende gedacht war. So, also es ist nicht, es ist nicht schlüssig, dass es einem nicht gut geht und der wird zu einem Monster und der anderen geht es ähnlich schlecht und der wird zu einer Schönheit. Ja, das ist jetzt nicht so ganz klar, wie, wie, wie die Daten da so, ähm, sowas draus machen. Das, ja, bin ich mal gespannt. Würdest du denn sagen, äh, es lohnt sich definitiv, den im Kino zu sehen? Ja, ja, auf jeden Fall. Super, toll, klasse für mich. Ja, eben, genau, auf jeden Fall. Also, alleine die, ähm, alleine für die Musik und die, ähm, die Lieder. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist richtig, das ist richtig, richtig geil. Also, da habe ich bei dem allerersten Lied, habe ich schon, ähm, ja, ich habe es auf dem Tablet geguckt. Mein Gott, wir haben halt Screener bekommen, lyncht mich doch, ähm, geguckt. Und das war schon cool. Das war schon richtig schön. Und ich bin sowieso eh riesen Disney-Fan. Ich, im Gegensatz zu, 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 zu manch anderen kann es mir tatsächlich auch nicht zu viel Musik sein, weil ich das schon immer toll fand. Und das kriegt man. Super. Ich habe ihn auf Deutsch geguckt und die Lieder sind ganz, 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 ganz toll. Ja, der Screener war nur auf Deutsch, der war ganz, ganz toll übersetzt. Und die Synchro ist auch gut. Ich wollte auch noch fragen, ob die Lieder dann auch auf Deutsch funktionieren, weil das, äh, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, weil du hast ja so eine ganze andere Sprachmelodie in, in, in einer anderen Sprache auch im Gesang drin. Ging das im Deutschen? Hat es funktioniert? Komplett. Also, ich habe auch gedacht, okay, ich gucke Animes und auch meine Anime-Serien eigentlich immer auf, äh, Original mit Untertiteln. Aber hier in den großproduzierten Anime von Ghibli und jetzt auch, ähm, jetzt auch hier von Hosoda, da kann man sich das auch gut auf Deutsch angucken. Viele mögen ja auch, manche mögen ja auch das Japanische nicht, dieses bisschen drüber, was so ein bisschen, bisschen überinszeniert immer ist, kann man absolut gut gucken. Und die Lieder sind toll und machen ergeben Sinn und die Texte sind auch schön, ja, auf jeden Fall. Super. Du hast mir auf jeden Fall sehr viel Lust gemacht. Ich freue mich fast schon, dass es mit dem Screener für mich nicht geklappt hat. Dafür kann ich den diese Woche im Kino neu erleben. Vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Spaß im Kino. Und allen anderen auch. Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ich finde, es ist ein schönes Schlusswort. Damit würde ich auch dann wieder zurück ins Studio gehen. Vielen Dank. Ciao. Danke auch. Tschüss. Ja, Hallihallo und willkommen zurück. Ich bin die Luisa und ich habe den Patrick heute bei mir. Wir haben zusammen den Film auf Tour Zwürs angeguckt. Und zwar von dem Erfolgsregisseur Walter Steffen. Und der Patrick, der macht mal kurz für euch eine kleine Zusammenfassung. Patrick, Hallihallo und worum geht es denn in dem Film? Hi. Also es geht um die beiden Musiker Matthias Schriffl und Johannes Bär. Die sind gerade auf Tour, als dann die Meldung reinkommt, es ist Corona. Und irgendwie wollen die sich dann nicht von der Konzerttour abbringen lassen. Also ziehen die dann von den Tiroler Alpen bis zu den Allgäuer Alpen. Die Reise fängt bei dem Geburtsort von dem einen an und endet bei dem Geburtsort von dem anderen. Und zwischenzeitlich haben die eben alle möglichen Strapazen und müssen lernen, wie sie Musik machen in Zeiten von Corona eben ist. Ja, das klingt witzig. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich wusste jetzt vom Trailer her nicht genau, worauf ich mich da jetzt einstellen darf. Es heißt ja auch, es ist ein Dokumentarfilm. Hat das denn so den typischen Dokumentarfilmcharakter für dich? Weil bei mir blieb der so ein bisschen aus. Für mich war das eher schon wie so ein privates Video, dass sie es zufällig dann ins Kino geschafft haben, wo sie dann gedacht haben, okay, durch die Corona-Thematik hat das vielleicht einen gewissen Mehrwert. Aber bei mir hat dieser Toten der Dokumentation immer so zwischen, ich weiß nicht, ob es eine Parodie sein soll und es ist ein privates Vergnügen. Ja. Und so ein Touch-Doku ist. Also es war eine ganz seltsame, unausgegorene Mischung. Manchmal pranken die sich da auch nur Minuten lang. Und auch auf diese Corona-Thematik hätte man da deutlich mehr eingehen müssen, weil das wäre für mich der interessanteste Aspekt gewesen, so Konzerttouren in Zeiten von Corona. Ja. Da hat es mich interessiert, was das für ein organisatorischer Aufwand ist, gerade in der Anfangszeit, das Ganze zu stemmen. Ja. Ja, das hat mir auch tatsächlich so ein bisschen gefehlt. Aber ich glaube, das Corona ist halt, also ich glaube, das war deswegen bedingt, weil Corona da so ein bisschen reingerutscht ist. Die haben ja hauptsächlich sich eigentlich mit diesen Alpenhörnern beschäftigt, die man ja so kennt aus typischen Schlager-Videos beispielsweise oder so Heimat-Videos. Diese wunderschön langen Instrumente, die man früher als Signalgeber genutzt hat, über die Täler hinweg. Und damit sind sie ja eingestiegen quasi. Die haben sich so ein bisschen Parant-Infos über die Alpenhörner rausgeholt. Haben da auch jemanden besucht, der die selber auch herstellt. Und das fand ich auch ganz interessant. Innerhalb von vier Jahren hat dieser Alpenhornbauer sieben Alpenhörner hergestellt. Also das muss ein Mordsaufwand sein. Das haben sie auch ein bisschen gezeigt. Aber da hätten sie für mich auch so ein bisschen mehr drauf eingehen können. Das fand ich aber tatsächlich trotzdem sehr spannend, weil die hatten diese Dinger tatsächlich auch, wenn ich das richtig gesehen habe, hinten im Rucksack und sind damit umhergewandert. Das muss mordschwer gewesen sein. Oh ja. Und auch das sieht man nicht. Das hätte man auch thematisieren können, wo dann dieser Doku-Aspekt so ein bisschen aufgegriffen wird, ist bei diesen schönen Landschaftsaufnahmen. Wenn man diese Gebirgslandschaften mag, da sieht man wirklich extrem schöne Landschaftsaufnahmen. Ja. Und vielleicht hätten sie auch das mehr unterstreichen können. Also die waren sich im Ton wirklich so ein bisschen uneinig. Vielleicht ist es wirklich unter diesen Corona-Bedingungen so ein entstandenes Problem, dass man da einen ziemlichen Flickenteppich hatte, den man dann zu einem Film zusammengeschnitten hat. Ja, das kann sein. Also die haben auch immer mal wieder so kleine süße Animationen zwischen verschiedenen Stationen reingemacht, so kleine Zeichnungen. Da haben sie zum Beispiel einmal eine Frau im Wald aufgesucht, die hat Harfe gespielt. Also klar wieder das Thema Musik aufgegriffen. Und dann sind sie im Wald gestanden und haben mit ihr Yoga gemacht. Ja, das war sehr unüblich. Und ich fand es auch schön, dass die mal so ein bisschen gezeigt haben, was man so alles eigentlich auf einer Wandertour machen kann. Kräuterwanderung beispielsweise. Dann haben sie noch so ein paar Falschinformationen über Singvögel rausgehauen. Fand ich ganz witzig, weil ich habe erst letztens bei Wissen Weekly, nee, ich glaube es war ein anderes Podcast-Format, da habe ich erst was ganz Interessantes über Singvögel und wie sie miteinander kommunizieren erfahren. Und die haben halt wohl ihre eigene Theorien da aufgestellt und das so ein bisschen mit der Musik verbunden. Das war schon witzig. Also man darf da nicht alles so als bare Münze nehmen, was das Wissen betrifft. Das ist auch eher so ein bisschen mehr in die Richtung, ja, so sagt man es halt bei uns. Und wir verstehen Vögel halt auf die Art. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten ist es halt wirklich sehr, sehr nett gestaltet. Und man kann halt sehen, oh, was gibt es denn alles noch im Oberallgäu? Das ist halt auch ganz interessant gewesen. Da haben sie einmal so dieses Haus gezeigt, was total die Schieflage hatte, weil da mal ein Erdbeben entstand und das ein Erdrutsch zur Folge hatte. Du konntest halt noch in dieses schiefe Haus reingehen. Ja, es zeigt tröpfchenweise das Oberallgäu und ganz sympathisch die Tour der zwei. Und da sind wir auch schon wieder bei dem Punkt, dass es deswegen eher so eine Semidoku ist, weil es aus Sicht der beiden spielt und deswegen so ein bisschen eher so Halbwissen streift. Eine normale Doku, die hätte, die hätte da komplette Fakten da um die Ohren gehauen und deswegen ist das Haus so verschoben. Und die sagen dann immer, ja, vom Hörensagen ist das so und so. Vom Hörensagen ist das so und so. Ja, genau. Die zwei, die blödeln viel miteinander rum, die spielen viele Konzerte. Also ja, ich glaube, das war ja auch so der Hauptgrund, dass sie Konzerte geben wollten. Haben sie dann an verschiedenen Banderstationen dann auch gegeben. Hat auch so schön alles vor sich hin geplätschert. Aber ich muss auch sagen, manchmal hat es mir ein bisschen, also manchmal konnte ich die Aufmerksamkeit für den Film nicht ganz aufrechthalten. Die Musik ist schon mal nicht meins, das wissen wir. Ja. Ich fand von den beiden diesen Umgang mit Corona aber sehr sympathisch. Da könnten sich einige ein Beispiel nehmen, dass die sich davon nicht haben unterkriegen lassen, die irgendwie schon ihre Lösung gefunden haben. Und im doppelten Sinne quasi ihren Weg gegangen sind. Und deswegen ist das, wenn wir zum Fazit kommen, eine seltsame, sympathische Pseudodoku, wenn man es so will. Ja. Aber eben, wenn man diese Art von Musik mag, wenn man Landschaftsaufnahmen mag, macht man dann nichts falsch. Richtig, das würde ich auch so sagen. Wenn man sich gerne mit Bayern beschäftigt und die Landschaft total gerne mag, wenn man die Kultur auch gerne mal so ein kleines bisschen kennenlernen möchte oder auch mal so eine andere Form des Kulturerlebens in Bayern sehen möchte, dann ist es auf jeden Fall eine sehr witzige, sehr süße Doku und man kann sich dann ein bisschen berieseln lassen davon, was man alles während seiner Wanderreise im Oberallgäu erleben könnte. Das ist ganz nett gemacht, aber würde ich jetzt nicht sagen, man muss jetzt unbedingt ins Kino. Außer man ist riesen Bayern-Fan, dann vielleicht. So würde ich es auch sehen, gerade jetzt bei der Blockbuster-Saison. Wenn ihr das mögt, dann unterstützt auch gerne kleine Filme. Die freuen sich wahrscheinlich mehr als ein Top Gun Maverick, der eh schon seine Zahlen drin hat. Genau. Und ich glaube, das wäre jetzt auch ein schönes Fazit für den Film. Damit würde ich sagen, vielen Dank, Patrick, dass du mit mir den Film geguckt hast und besprochen. Und zurück ins Studio. Tschüss. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentation oder viel eher des Dokumentarfilms Total Thrash, The Teutonic Story. Das ist ein Film über Metal, über Thrash Metal. Und was genau das bedeutet, das kriegen wir raus, zusammen mit einem verlorenen Sohn des Tele-Stammtisch. Jemand, der hier schon länger nicht mehr am Start war und den wir herzlich vermisst haben. Ich freue mich, dass er heute Zeit hat, mit uns über diesen Film zu sprechen. Moins und Andi. Hi, hi. Ich dachte schon, du sagst ein verlorener Sohn der Metal-Szene. Weil das würde auch zutreffen. Ja, du bist nämlich eigentlich auch so ein bisschen Musiker, das darf man nicht vergessen. Stimmt das? Ja, ja. Ich habe ab 2000, habe ich nämlich während dem Film viele nostalgische Anfälle gehabt und habe mich dann auch immer mal wieder mit meiner eigenen Vergangenheit auseinandergesetzt. Genau. Ab 2000 haben wir so eine Band gehabt und es ging auch eher so in die Metal-Richtung. Zwar nicht ganz so derbe, wie es hier in dem Film. Aber ein bisschen kenne ich mich da schon aus. Deswegen habe ich mich gefreut, dass du mich gefragt hast. Ja, mega. Es gibt ja natürlich auch ganz viele verschiedene Metal-Richtungen. Und ey, ganz im Ernst, ich habe auch schon ein paar Metal-Konzerte und Festivals besucht. Also ich habe echt einen groben Überblick. Und habe auch die ein oder andere Band hier, die wir in der Doku sehen, auch gekannt. Aber jetzt mal ehrlich. Also ich kriege vielleicht noch einen Unterschied zu Black und Death Metal raus. Ich weiß, wo Doom-Metal anfängt und ich weiß, wo diese ganzen Crossover-New-Metal-Dinger mit Korn und Linkin Park hingeführt haben. Aber so jetzt Fresh-Metal, ob ich das irgendwo von hätte abgrenzen können, gerade so von Hardrock, das weiß ich nicht. Hättest du das gekonnt? Ah, Hardrock. Haben sie ja gesagt, wie das dann auch kam, also dieser Begriff. Also ich meine, ich kannte natürlich das hauptsächlich von Metallica, Slayer, Antrax und so. Ich kannte Exodus, Sodom und Creator und wie sie alle heißen aus Deutschland natürlich immer vom Namen. Ich habe das aber alles nie gehört. Ich hatte mal eine Creator-Platte, irgendwie ist die mir untergekommen, so aus der Phase, die sie ja im Film so als die Krisenphase beschreiben, wo alles so ein bisschen kommerzieller wurde und mit Tempo und so. Die habe ich mal gehört, aber ich tue mich da auch nicht so leicht. Ich meine, Thresh-Metal, was ist das? Das ist halt schneller Heavy-Metal, würde ich mal behaupten, oder? Ja, und vor allem auch Rebellion steckt drin, Punk steckt drin generell. Es ist auch ein bisschen irgendeine Art von Jugendbewegung mit drin. Das ist so mein Eindruck, dass diese Bands sich in Jugendjahren gründen und dann halt eben durchziehen, bis sie alt und grau sind, was bei dem, sagen wir mal, Lebensstil vielleicht auch nicht lang dauert. Und ich würde generell mal sagen, bevor wir dann auch vielleicht ein bisschen in die Details jetzt auch gehen, das ist so ein Film für Fans von dieser Szene, generell vielleicht für Mettler. Leute, die halt so ein bisschen Hintergrundwissen zu dem wissen wollen, was so ab den 80ern in der Szene los war. Würdest du mir dazu stimmen? Total. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und ich habe mir genau das aufgeschrieben. Warte mal, der Wortlaut war, glaube ich, für Metal-Fans okay, aber jemanden zum Metal-Fan machst du damit nicht. Also, ich meine, wenn wir jetzt über den Film sprechen, ich fand es eh spannend, ich habe mir, du kennst ja bestimmt auch diesen relativ unbekannten Fast und Flauschig-Podcast und da gibt es ja diese neue Metal-Rubrik immer. Und da ging es auch schon mal über eine Trash-Metal-Doku und ich dachte, das wäre diese, aber die hier, die kommt ja erst in zwei Monaten raus oder so, oder? Nee, die kommt jetzt schon diese Woche, in der wir aufzeichnen, kommt das auch, beziehungsweise in der Folgewoche, weil wir das ja immer alles ein bisschen kurzfristig machen hier. Ist übrigens auch ein Film von Daniel Hoffmann, um es mal abzuhaken, der hat hier, ich will es nicht sagen als One-Man-Show, ich habe hier eine Riesenliste von Dingen, wo andere Leute da auch noch was gemacht haben. Im Endeffekt ist er sich Regisseur, er war mit dem Sound dabei, bei der Kamera dabei und es ist so irgendwie auch sein Ding, würde ich jetzt einfach mal sagen. War auch im Wesentlichen an Drehbuch beteiligt und scheint auch ein Metal-Head zu sein, genau wie die Leute, die er vor der Kamera hat. Denn um die Total-Thresh-Doku da abzudrehen und eben auch die Geschichte vom Thresh-Metal zu erzählen, packte das Ganze in drei Kapitel, wie die sich unterscheiden, darauf kommen wir gleich. Und dazu holt er einfach irgendwelche Talking-Heads vor die Kamera. Und ich weiß nicht genau, wie dir das geht, aber das ist so ein bisschen das Problem vielleicht auch, für Leute, die wissen, wer da spricht, ist das voll toll. Und ganz oft hast du auch eine Einblendung und er holt halt richtig viele verschiedene Leute vor die Kamera. Also ich will jetzt hier mal eine Zahl schätzen von bestimmt 40, 50 verschiedenen Köpfen. Und da ist es schon echt sinnvoll, wenn er nochmal kurz einblendet, wie die eigentlich heißen, vielleicht sogar von welcher Band die sind oder sind es Fans oder so. Aber es gibt teilweise so Einspieler, die sind so kurz, weil es echt nur ein Satz ist oder so, dass selbst dafür die Zeit nicht war. Und das ist vielleicht so einer der Kritikpunkte, die ich habe. Es ist handwerklich hier und da ein bisschen, also es ist zu viel. Er hat dann so einen Sachverhalt, sowas wie die Phase, in der wir uns befinden, war so und so. Und dann hast du wirklich zehn Einspieler nacheinander von Leuten, die quasi in verschiedenen Worten wiederholen, wie die Phase nochmal war. Da hätte man es sicher kürzen können. Und das so inzwischen einander geschnitten und das Stilmittel an sich finde ich ja ganz cool, wenn das eigentlich so ein bisschen wirkt, als würden die ihre Sätze so ergänzen. Also alle sagen was zu dem gleichen Thema und es ist so durcheinander geschnitten, dass es dann wirkt, als würden die, keine Ahnung, sich gegenseitig, wie gesagt, ergänzen. Aber es gab eine Szene, also das erste Kapitel zum Beispiel, da fand ich es ein bisschen lame und da hast du wirklich, wie du gesagt hast, Talking Head, Talking Head, alle fünf Sekunden neuer Schnitt, du checkst gar nichts mehr so ungefähr. Und dann gibt es eine Szene, da wird dann rausgeschnitten und dann erklärt der, keine Ahnung, Basser von Sodom oder was, erzählt dann, wo sie aufgewachsen sind. Und dann hast du endlich mal eine Minute keinen Schnitt und dann erzählt der mal in Ruhe, ja hier hat der gewohnt, da hat der gewohnt. Aber dazwischen ist es halt wirklich dieses Talking Head, Gewitter und das hat mich anfangs echt auch genervt. Und diese Entstehungsgeschichte fand ich jetzt auch nicht so spannend, habe ich eh nie ganz genau verstanden, was jetzt da die Besonderheit sein soll. Die haben ja auch nur Metallica abgekupfert oder halt die amerikanischen Vorbilder, die haben ja nichts Politisches, also jetzt irgendeine Motivation. Die haben halt einfach nur in ihrem Schrebergarten Bier gesoffen, waren gelangweilt und deswegen haben sie halt laute Musik gemacht. Das ist natürlich schon Grund genug natürlich, aber es gab jetzt da keine krasse Szene, Bewegung, ich weiß nicht. Gerade was du jetzt beschrieben hast, diese Szene, wo er durch seine alte Hood läuft und alles so zeigt und guck mal, hier war der Schuppen, wo wir früher gesoffen haben und so. Das ist so aus zweierlei Gründen eigentlich total putzig. Irgend so ein Typ, ein bisschen in die Jahre gekommen, wir haben alle irgendwann einen Bierbauch und so und da läuft er halt rum und dann erzählt er, hier guck mal, da hat der Hanni gewohnt, da hat der Nanni und irgendwie, weißt du. Das ist so für Außenstehende absolut lächerlich eigentlich. Wovon sprichst du, warum erzählst du mir mit welchen Kumpels du da wie gesoffen hast? Das ist wirklich, also wie du schon sagst, du machst damit keinen zum Fan, der es nicht bereits ist. Aber andererseits sind das halt auch so genauso die Leute, mit denen ich selbst privat einfach saufen gehe. Das ist halt so zum Beispiel, wir haben auch ganz viele Locations bei diesen Talking Heads Geschichten, die in Clubs stattfinden und einen Teil der Clubs kannte ich auch, weil ich selbst schon drin war. So Bars, wo man sich halt trifft, Metal-Schuppen in Deutschland, um da mal das ein oder andere Kaltgetränk zu genießen. Und dann sind das halt so Leute, das sind so wirklich Situationen, das kenne ich aus meinem privaten Umfeld auch. Ich finde es ursympathisch, kann mir aber halt vorstellen, dass es halt für Menschen, die nichts mit anfangen können mit dem langhaarischen Bombenleger von um die Ecke, Dass das für die halt eher so ein bisschen abschreckend ist alles. Ja, ja, voll. Vor allem, ich meine eher, wie du schon gesagt hast, das sind ja alle jetzt ein bisschen in die Jahre kommende, bierbäuchige, ich will jetzt nicht Grattler sagen, aber ich sag's trotzdem, okay. Egal. Nee, aber eben so diese Szene, das ist jetzt, also das wird dann nicht groß glorifiziert oder sonst was. Also, dass jetzt da irgendeine Story drum gesponnen wird, warum das alles so entstanden ist. Mei, also da ist nichts besonders dran oder so. Aber es wurde dann, ich fand's ab dem zweiten Kapitel spannend, weil was du auch gerade angesprochen hast, Locations, ich kannte auch dann am Schluss, wenn's dann eben, dann gibt's das zweite Kapitel, ist glaube ich eher so die Krisenzeit in den 90ern, wo halt alle Sellout und dann gab Grunge und Metallica, die Load aufgenommen, haben sich die Haare abgeschnitten und so. So, ah, großer Skandal und alles ist schlimm und so. Und dann, dann ging's mir aber nicht weit genug, weil ab den 2000ern verläuft sich's dann, weil eigentlich ist es immer klar, 80er ging's los, 90er, wie gesagt, kam mal Grunge, dann war alles schlimm. Und dann gab's ein Revival, aber dann verläuft es sich alles so. Also, ich mein, dann hast du so ein paar junge Bands, aber die sagen dann halt einfach so Floskeln in die Kamera, aber ich fänd's mal spannend, das noch ein bisschen genauer dann aufzudröseln. Also, ja, das ist ein guter Punkt, gerade wenn's um die Frage geht, ich mein, das ist ein Dokumentarfilm und der Ansatz solcher Filme ist es ja oft, in irgendeiner Form ein Wissen zu archivieren oder zu präsentieren. Du willst also schon irgendwie, zumindest mit Archivaufnahmen irgendwas festhalten, mal in so ein Gesamtding packen und dann da vielleicht einfach, ja, ein bisschen wie so ein Vortag irgendwie Wissen festzuhalten. Und wir können ja mal kurz auf ein paar Details kommen, ohne jetzt zu weit vielleicht reinzugehen. Ich will einfach mal kurz die Kapitel vorstellen, weil ich grad das Presseheft vor mir habe. Das erste Kapitel ist die Evolution des Thresh-Metal und da geht es laut Beschreibung hier am Pressetext. In Kapitel 1 von Total Thresh, wohlgemerkt mit TH und nicht Trash, sondern Thresh, zeigen wir die Entwicklung des Thresh-Metal in Deutschland bis hin zum Höhepunkt Ende der 80er Jahre. Passt. Kapitel 2, die experimentelle Phase. Kapitel 2 von Total Thresh zeigt den internationalen Einfluss auf das Genre Thresh-Metal in Deutschland. Wir haben dazu mit Fans und Bands der 90er Jahre gesprochen. In Kapitel 3, die Revolution des Thresh-Metal, die Neuzeit. Das letzte Kapitel von Thresh-Metal beleuchtet die Revolution des Thresh-Metal in der Neuzeit. Wir haben mit vielen jungen Nachwuchsbands, Fans und Veranstaltern gesprochen und geben einen Ausblick auf die Zukunft. Dazu gibt es exklusive Einblicke in die Bandprozesse von den ersten Ideen eigener Songs bis hin zur finalen Tour. Ja, das ist alles da irgendwie drin, aber es bleibt für jemanden, der jetzt selber vielleicht schon mal in einer Band gespielt hat und mal ein Konzert besucht hat, sind eigentlich, wenn überhaupt, nur die ersten beiden Kapitel noch wirklich so informativ. Das dritte ist so ein bisschen auch kürzer, glaube ich, als der Rest. Ein bisschen allgemeines Blabla über Band und Musik machen, oder? Ja, ja, genau. Ich fand es dann eben schön, dass sie dann im Flex in München hängen und irgendwie den Gitarristen von Dustbolt oder so unterhalten, weil da hänge ich halt rum und kenne die noch und so. Und das ist dann ganz spannend, aber es vermischt dann auch vieles und ich meine, ich war mir auch immer nicht so sicher, ist es jetzt, also man hätte einfach vielleicht eine Doku schon mit diesen drei legendären Trash-Metal-Bands vielleicht als Aufhänger, aber irgendwann geht es da ja auch nicht mehr so richtig um Trash-Metal, sondern um Metal oder Hard-Rock-Musik an sich. Also wegen Kommerz und Grunge macht das alles kaputt und so, aber wo er dann zum Beispiel auch fragt, ja, was Trash-Metal ausmacht und dann sagt einer noch, ja, das Politische, diese Artwork-Fozida zum Beispiel, sagt ihm, das Politische war ihm immer wichtig. Dann hast du aber zehn Leute, die sagen, uns geht es eigentlich nur um Saufen und Party, der Nächste sagt, wir machen Texte über griechische Mythologie, der Nächste sagt, wir machen über H.P. Lovecraft und so, wo ich mir auch denke, so, ja, also ein Statement machst du damit jetzt ja nicht. Also, weil das ist ja eigentlich nur, das streicht ja so, ja, jeder macht, was er will und das hat ja dann doch keine klare Linie so richtig. Andi, wir haben jetzt eine Menge gesagt zu dem Film Trash-Metal, der jetzt in der aktuellen Woche, wie gesagt, ins Kino kommt und der vermutlich keine neuen Fans schaffen, aber bereits existierende Fans auf jeden Fall ansprechen könnte. Ich denke, das klingt aus meiner Sicht auch nach einem guten Fazit. Hast du noch Punkte? Nö, genau wie du es gesagt hast. Also, wenn du selber mal vor zehn Jahren in einer Metal-Band gespielt hast oder so, dann macht das total Spaß und ich glaube, es macht noch mehr Spaß, wenn du natürlich diese drei Exodus, äh, nicht Exodus, wie heißen sie, Sodom, Destruction, Creator, wenn du von denen mehr kennst und mehr weißt, dann ist es, heißt es super. Ich kannte von denen jetzt nicht so viel, fand es trotzdem ganz nett. Aber stilistisch jetzt hier viele Interviews. Ich hätte mir vielleicht öfter mal mehr, es gibt sie auch, aber vielleicht mehr Live-Aufnahmen oder andere Szenarien gewünscht, als jetzt eben diese von dir schon genannten Talking Heads. Sehr gut. Lieber Andi, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Wir können dich regelmäßig auch beim Telehost hören. Das bleibt dabei, ne? Na klar. Immer wieder gerne. Und wir sehen uns in Erlangen, oder? Und euch da draußen hoffentlich auch. Es wäre voll toll. Quatscht uns an. Wir sind die zwei gutaussehenden Andis dort vor Ort. Die mit der Bierflasche in der Hand. Lieber Andi, vielen Dank. Stay true. Danke dir auch. Bis bald. Und da sind wir zurück. Ich hoffe, ihr habt die Besprechung wohl überstanden. Dominik, geht es dir gut? Ja, alles okay. Bei Zufüß bin ich mal kurz weggenickt, aber sonst alles gut. Ja, es ist okay. Jeder braucht mal eine längere Klopause. Kommen wir jetzt wieder zu einer Live-Besprechung und zu einem Gast. Dominik, du darfst ihn gerne ankündigen, denn ihr habt ja öfters bei Recaps miteinander zu tun. Genau. Wir kennen ihn alle, wir lieben ihn alle. Er ist der Meister der Synopsis, außer vielleicht bei Obi-Wan. Aber ist mir trotzdem herzlich willkommen, der Christopher. Hey Dom, hey Stu, hey Studiopublikum. Ich weiß, das Signal ist geradeaus, aber gut, der Applaus wurde einstudiert. Wunderbar, wunderbar. Von Lea Seydoux. Chris, man kommt ja nicht einfach so in die Live-Sendung, das muss man sich natürlich verdienen. Was hast du uns denn in Tollis mitgebracht? Ich habe vor zwei Wochen mal wieder eine Sneak-Preview besucht und da kam ich doch in den Genuss eines kleinen Leckerbissens, würde ich sagen. Eines unbequemen Leckerbissens, aber nichtsdestotrotz ein schön rohes Stück Kino, nämlich Sundown. Geheimnisse in Acapulco. Der neue Film von Michel Franco, der zuletzt den wirklich rabiat, brutal, gesellschaftskritischen New Order ablieferte, den ich auch hier mit der Kollegin Nina besprochen habe. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und wir haben da in den Hauptrollen Tim Roth und Charlotte Gaines Boo. Und ja, mit der Inhaltsangabe ist das jetzt ein bisschen tricky, denn Sundown ist einer dieser Filme, die am besten ihre Wirkung entfalten, wenn man so gut wie nichts darüber weiß. Aber ich werde versuchen, es so vage zu halten wie möglich. Du schaffst das, du schaffst das. Ich labere dich. Wir begegnen hier also dem Geschwisterpaar Neil und Alice. Sie sind ausgesprochen wohlhaben, da sie ein großes Fleischerunternehmen in England betreiben. Und sie sind in einem Luxusurlaub in Acapulco. Neil, Alice und Alice Kinder. Sie sind da an einem Luxusresort, lassen es sich gut gehen, nur Neil wirkt immer ziemlich abwesend. Man hat den Eindruck, er will nicht wirklich dort sein, er interagiert nicht mit den dreien, er ist einfach ziemlich zurückgezogen. Und dann kommt überraschenderweise ein Anruf, dass ihre Mutter zu Hause im Sterben liegt und nicht mehr viel Zeit hat. Die Entscheidung ist klar, der Urlaub wird abgebrochen, man begibt sich auf dem Weg zum Flughafen. Und am Flughafen stellt Neil fest, dass er seinen Reisepass nicht dabei hat. Er sagt zu ihnen, ihr fliegt schon mal vor, ich komme danach, überhaupt kein Problem. Obwohl Alice protestiert, hält Neil aber daran fest, sie fliegen ohne ihn zurück nach London. Und Neil hat in Wahrheit seinen Reisepass aber dabei. Er wollte einfach nur nicht mitkommen und sich dem Tod der Mutter aussetzen. Er fährt zurück nach Acapulco, begibt sich dort in ein bedeutend billigeres Hotel, quartiert sich dort ein, setzt sich an den Strand, trinkt Bier und lässt die Tage verstreichen. Seine Motivation ist nicht ganz klar, aber er bleibt einfach dort und jedes Mal, wenn Alice anruft, sagt er ihr, tut mir leid, ich habe meinen Reisepass wirklich noch nicht gefunden. Ich rede gerade mit dem Konsulat, aber ich kann meinen Reisepass einfach nicht finden. Und so bleibt er einfach dort am Strand und lässt es sich gut gehen. Und das ist erst der Anfang der Probleme, denn was Neil hier tut, wird dieser Familie noch eine Menge größere Opfer abverlangen, sagen wir mal so. Okay, ich weiß nicht warum, aber als du jetzt erzählt hast, worum es geht, dachte ich mir, okay, das ist eine schöne Geschichte, da kann man echt was mit machen und ich hatte, also mir schwebte so der Name Jorgos Lantimus vom geistigen Auge umher. Es klingt nach einem Film, der vielleicht auch so die Handschrift von diesem Lantimus tragen könnte, weil das sehr, ich sag mal, absurd klingt und vielleicht auch ein bisschen böse. Ist es denn absurd und böse oder ist es dann am Ende doch mehr so eine relativ, ja, massenkompatible Geschichte vielleicht? Massenkompatibel würde ich nicht sagen, dafür ist er einfach sehr, sehr slow und atmosphärisch. Aber ja, es ist böse, aber es ist nicht absurd. Also Humor in irgendeiner Weise sucht man hier vergebens. Denn es wird ja kein großes Geheimnis darum gemacht, was hier eigentlich los ist oder eben auch was mit Neil los ist. Nach einer Weile erfährt man das halt alles. Aber das ist wirklich ein ziemlicher Downer, no pun intended, wegen dem Titel. Es nimmt wirklich brutale Wendungen, es wird immer düsterer und es ist wohl auch eine klar formulierte Kritik an einem hedonistischen Lebensstil und an einer apathischen Weise, wenn man halt nicht wirklich teilnimmt an dem, was um einen herum passiert und an einer sehr teilnahmslosen Welt anschauen. Und es wird halt wirklich zunehmend düster. Also es ist düster, aber es ist nicht so, dass ich hier irgendwie absurder Humor einschleichen würde, überhaupt nicht. Okay, ich hab den Trailer zum Film gesehen und da finde ich, wirkt es auch schon so, dass man die Hitze förmlich spüren kann. Ist dieses Sonnige, wird das wirklich so eingefangen wie im Trailer, dass es fast schon was, ja ich würde sagen Bedrohliches, etwas Unheimliches hat? Oder ist es dann doch einfach nur so die gängigen Urlaubsbilder, die wir da vorgesetzt bekommen? Das ist ganz interessant, denn was ich hier unter anderem auch aus dem Film für mich mit rausgenommen habe ist, wenn du dir kein Resort leisten kannst, mach niemals Urlaub in Acapulco. Denn die Billighotels, die haben schon da ihre Tücken, wenn man dem Film glauben darf. Und das ist wirklich, wirklich cool, weil also einerseits hast du hier klassische Urlaubsatmosphäre, aber die Dinge, die wirklich brutal sind, die schleichen sich hier mit so einer völligen Beiläufigkeit ein. Also es wird hier irgendwie nicht mit dem Holzhammer draufgehauen, es wird irgendwie nicht besonders grimmig inszeniert. Die Dinge, die tragisch sind, die passieren einfach. Und gerade deswegen haben sie auch eine enorm starke Wirkung. Klingt nach einer sehr klaren Empfehlung. Ja, absolut. Wenn wir jetzt schon zum Fazit kommen, weil ich kann wirklich nicht mehr inhaltlich erzählen, das würde eine Menge ruinieren von daher. Dominik, hast du noch irgendwelche Fragen an deinen Recap-Kollegen? Äh, nee, nee. Zum Film, nicht zu den Recaps. Ja, nee, 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 nee. Muss ich sagen, reizt mich jetzt tatsächlich. Also auch als jetzt, als du auch irgendwie gerade in den Raum geworfen hast, Jorgos Lantimos, hat zumindest so einen gewissen Vibe davon. Also ich bin jetzt sehr interessiert, muss ich zugeben. Okay, dann hast du schon mal zwei jetzt hier bekommen, die sehr heiß auf den Filmen sind. Verstehst du? Heiß, weil Sonne und so. Und jetzt kannst du auch noch mal ein Fazit fällen, wenn du willst. Ja, wirklich packend, überraschend. Du hast überhaupt keine Ahnung, wo das hinführt. Und wenn dann die großen Wendungen passieren, bist du auch genauso fassungslos wie die Figuren im Film. Wirklich ein kleines Juwel oder sagen wir mal ein kleiner schimmernder Stein, den man am Strand vielleicht findet und mitnehmen kann. Ich gebe doch vier von fünf Eimer gefüllt mit Eis und Bierflaschen. Ah, das hätte ich jetzt auch gerne. Okay, vielen Dank. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Live-Besprechung und haben jetzt noch vier Streaming-Starts für euch. Da haben wir den Actionfilm Interceptor, den haben der liebe Sven und ich besprochen. Dann haben wir einen Ersteindruck zur dritten Staffel The Boys. Da haben Patrick Torben und ich das besprochen. Dann haben wir einen Ersteindruck zu Miss Marvel, der neuen MCU-Serie auf Disney+. Den haben Andi und Patrick dann für euch besprochen. Und das Beste zum Schluss, How I Met Your Father, ein Ersteindruck zur ersten Staffel von Kenny und von mir. Also besser kann es ja gar nicht sein. Schön. Stew all the way. Ja, so sieht es nämlich mal aus. Ich danke euch fürs Zuhören. Denkt dran, Joystick World 3 Kritik gibt es separat. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Man hört sich. Und dann darf der Christopher Nordschüss sagen und deine Dominik. Tschüss. J'adore des Cinemas. Au revoir. Ja, macht's gut. Und vielleicht ist ja was für euch dabei abseits von Jurassic World. Ansonsten viel Spaß mit der Kritik, die kommt nachher online. Oder ist dann wahrscheinlich schon online, wenn ihr das hier hört. Macht's gut. Die meisten von euch werden den Namen Matthew Riley noch nie gehört haben. Ich hingegen weiß, es ist ein australischer Autor, der Romane schreibt, die als Trivial-Literatur, könnte man sagen, durchgehen. Und unterhaltsame Romane, die aber nicht besonders intelligent sind. Und genau dieser Matthew Riley hat mit der Hilfe von Netflix jetzt einen Actionfilm geschrieben und sogar inszeniert, nämlich Interceptor. Den haben wir beide gesehen. Hallo Sven. Hallo. Netflix hat wieder einen neuen Film herausgebracht. Das ist ja oftmals nicht so wirklich Grund zur Freude. Interceptor ist auch jetzt kein riesengroßes Projekt, aber ich falle gleich mit der Tür ins Haus. Dieser Film ist unglaublich dumm und auch unglaublich schlecht, aber auch unglaublich unterhaltsam. Bevor ich das ein bisschen ausformulieren werde, vielleicht mit dir, lieber Sven, vielleicht bist du auch anderer Meinung, das weiß ich aktuell nicht. Kannst du uns eben kurz erklären, worum geht's in Interceptor? Captain J.J. Collins wird auf der im Pazifik gelegenen Raketenabwehrstation mit ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Terroristen konfrontiert. Doch mit krassen Oberarm und viel Tapferkeit und Opferbereitschaft stellt sie sich ihnen entgegen. Interceptor ist, wenn man herunterbricht, eigentlich so ein Rip-Off von Stirb langsam. Ein bisschen Patriotismus muss da sein, das ist ein bisschen sehr viel Patriotismus. Und die Heldin ist, wie gesagt, eine Frau, gespielt von Elsa Petterke. Die kennt man unter anderem aus den Fast & Furious Filmen. Da war sie ein Sidekick von Dwayne Johnson. Und sie ist auch die Ehefrau, das sei hier eben kurz erwähnt, von Chris Hemsworth. Den ihr im Film übrigens auch mal kurz ersehen könnt. Wir wollen nicht verraten, wann und wo, aber ich muss sagen, ich fand sein Cameo echt ganz okay. Kümmern wir uns aber jetzt mal um das Wesentliche, nämlich, ist ja ein Actionfilm. Wie fandest du die Action? Die Action hat mir ganz gut gefallen. Sie ist ganz gut choreografiert, es gibt ein paar nette Einfälle. Es ist jetzt nichts super weltbewegendes, neues, innovatives, aber es gibt ein paar nette Kills. Das stimmt. Man muss auch sagen, dieser Film besteht im Grunde aus fünf bis sechs Kulissen. Das war's. Also die meiste Zeit spielt halt wirklich in dieser Abfangstation und das sieht halt einen Gang aus wie der nächste. Ich finde aber auch, dass die Action es rausreißt, da merkt man auch hin und wieder, dass die Macher von Tyler Rake Extraction mit an Bord sind. Der Regisseur des Films von Tyler Rake hat ebenfalls einen kleinen Cameo und die Action packt ein. Also mich hat sie zumindest gepackt. Sie ist sehr kurz gehalten, aber sie ist nicht zerschnitten. Das einzige Manko, würde ich sagen, ist, dass ein paar Action-Momente mir ein bisschen zu sehr im Dunkeln ablaufen. Und manchmal wirkt es auch von der Kamera her so ein klein bisschen zu hektisch. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Distanz gewünscht, um alles ein bisschen schöner darzustellen. Ich sagte ja bereits zu Beginn, dass ich den Film unglaublich unterhaltsam finde, aber dass er auch saudumm ist und auch wirklich schlecht ist. Schlecht ist er in der Hinsicht, er sieht halt größtenteils sehr billig aus. Unser lieber Chef Andi hat den Film auch gesehen und der hat das ungefähr so beschrieben. Es sieht so ein bisschen aus wie die Spielfilmsequenzen aus den alten Command Conquer. Und damit liegt er sehr richtig, wie ich finde. Also das wirkt alles immer so eine Spur zu übertrieben, aber dann immer noch eine Spur zu kostspielig. Es wirkt unglaublich trivial. Es wirkt nicht wirklich so komplett durchpoliert. Aber ich weiß nicht warum, ich fand das irgendwie unglaublich charmant. Wie war es bei dir? Ja, es stimmt. Als ich gelesen habe Command & Conquer Zwischensequenzen, dachte ich, das könnte doch was für mich sein. Und zwischendrin ist es wirklich so, gerade gegen Ende, wenn dann Mr. 14% auftaucht und auch die Präsidentin, die ja die ganze Zeit zugeschaltet ist und der Generalstab. Ja, das stimmt schon. Die gehen auch direkt vor die Kamera, gucken rein und sagen, machen Sie es. Und du denkst, alles klar, ich muss um, ich muss ganz viele Einheiten produzieren. Er macht einfach Spaß, obwohl die Dialoge und ich habe mir auch mal ein bisschen so die Originalfassung mit angeguckt, ob es sich da vielleicht auch ein bisschen abstumpft oder abgeändert ist, dass nur die deutsche Synchro wieder so übermäßig hello und hello und wir kämpfen bis zum Tod. Nein, es ist auch im Original so. Ich glaube, für Film Interceptor wurde der Begriff Gilded Pleasure erfunden, weil es ist, glaube ich, objektiv gesehen wirklich ein eher mittelmäßiges Stück Film, aber subjektiv hatte ich mit dem Ding wirklich eine Menge Spaß, auch weil er ergegt 96 Minuten insgesamt und man kennt das ja, so im ersten Akt, so in den ersten 15 bis 30 Minuten wird alles so ein bisschen entabliert, nicht mal Interceptor. Interceptor braucht, ich habe es gestoppt, sechs Minuten und dann geht das Ding los und dann hört er auch nicht auf bis zum Abspann und das ist auch, wie ich finde, durchaus etwas Schönes. Aber was mich dann so ein bisschen gestört hat, waren diese Rückblenden, die mit dem Film irgendwie nicht wirklich was zu tun haben, die zwar ihre Lage erklärt, aber halt auch ungemein viel ausbremst, wo ich mir denke, naja, in der Zeit hättest du noch locker mit deinen, und das muss man ihr wirklich zugutehalten, ich meine, ihr Mann sieht ja schon brutal trainiert aus, das ist bei ihr ja genauso, die hat ja Oberarme, da kriegst du ja Angst. Was man vielleicht auch noch kurz sagen muss, dass der Film sehr darauf bedacht ist, sie als starke Frau darzustellen, was gut gelungen ist, weil die hat auch, wie gesagt, diese Physis, ja, und also sie wirkt auch mit, ja, mit verdeckten Oberarmen sehr, nicht bedrohlich, aber wie eine Person, wo du sagen würdest, okay, ich werde dieser Frau jetzt nicht hier auf der Straße hinterher pfeifen, weil das könnte böse für mich enden, übrigens, Jungs, macht das nicht, das ist einfach unschick. Aber wie der Film sie als Frau einführt und vor allem sie behandelt, ist zum einen, finde ich, sehr schön, zum anderen kann es der Film nicht lassen, alle zehn Minuten irgendwie zu sagen, übrigens, es ist eine Frau. Und der Grund, warum sie versetzt worden ist, ist ja, dass sie einen Vorgesetzten halt, ich sag mal, angezeigt hat wegen sexueller Belästigung und deswegen halt in der Armee zurückgestuft worden ist, was natürlich auch scheiße ist. Und das ist so inszeniert, dass es wirklich in diesem Film gibt es nur zwei Arten von Menschen, die Helden und die Bösen. Und die Bösen sind auch richtig böse und die Helden sind auch richtig heldenhaft. Das muss man mögen und ich glaube auch, es kommt dem Film hier sehr zugute, dass er halt, wie gesagt, 90 Minuten knapp kurz ist, weil auf eine längere Blockbuster-Laufzeit, wo zweieinhalb Stunden, hätte ich mir das, glaube ich, nicht angetan. Nee, da wäre ich auch ausgestiegen. Das ist aber auch wirklich den Dialogen verschuldet, die teilweise, also die teilweise wirklich schmerzen. Aber man bekommt halt so kleine Gimmicks wie, ich liebe blutige Fensterbilder oder den aggressiven Mittelfinger, der dem Bösen entgegengereckt wird. Das sind so Momente, wo man da haupt und denkt, ja, geil. Da gebe ich dir absolut recht. Da waren wirklich Momente drin, da hat so mal der innere Teenager-Stu gejubelt. Gut. Fazit, wir sind uns beide, glaube ich, eigentlich, das ist objektiv gesehen wirklich kein guter Film. Für alle, alle, höchst sei mittelmäßiger. Aber subjektiv gesehen macht ja schon eine Menge Spaß, wenn man mit so einer Art von Film etwas anfangen kann, oder? Genau. Passend. Gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao. Es hat etwas länger gedauert, aber die Boys sind zurück. Amazons erfolgreiche Anti-Superhelden-Serie. Wir haben die ersten drei Folgen gesehen und jetzt wollen wir einen kleinen Ersteindruck hier hinterlassen. Und gleich zu Beginn, wir werden versuchen, Spoiler zu den neuen Folgen zu vermeiden. Wir werden aber alles spoilern, was in Staffel 1 oder 2 vorgefallen ist. Aber erstmal ein Hallo an euch beide. Hi. Hola. Kurze Frage, wie sehr seid ihr heiß gewesen auf die neuen Folgen The Boys? Sehr. Ich wurde zwar zwischenzeitlich schon vertröstet von The Boys Diabolical, aber das steigerte eher nur meine, meine Lächsten auf die dritte Staffel, weil ich ein großer Fan des Franchises bin. Gerade der ersten beiden Staffeln. In die Comics muss ich eigentlich noch nicht so reinkommen. Für mich war es auch einer der Most Wanted 2022. Ja, ich hab mich auch sehr gefreut. Wie vielleicht einige war ich dann doch ein bisschen überrascht, weil aktuell ja so eine riesengroße Serienflut gekommen ist mit Obi-Wan, Stranger Things und jetzt eben noch The Boys. Ich muss aber sagen, für mich steht da The Boys an erster Stelle. Und soviel kann ich sagen, ich finde die ersten drei Folgen haben mich da wirklich nicht enttäuscht. Die ersten drei Folgen liefern all das, was The Boys auszeichnet. Wir haben Gewalt der heftigsten, aber auch so herrlich übertriebenen Art, dass man es nicht ernst nehmen kann. Man hat eine Satire gegen aktuell alles, was so trendy ist, gegen Gesellschaft, gegen Medien. Und wir haben vor allem die Rückkehr von beliebten Figuren, wie zum Beispiel Bill Butcher, Franchi, Kimiko. Hat euch denn, oder anders gefragt, Patrick, die ersten drei Folgen, top oder flop? Die haben mich direkt spätestens nach den ersten 15 Minuten abgeholt. Man setzt direkt an Staffel 2 an. Also der Übergang ist relativ nahtlos. Und ja, der erste What-the-Fuck-Moment passiert wirklich so ab Minute 15. Und man ist eben drin, man will wissen, wie es weitergeht. Die Charaktere bekommen auch ein bisschen mehr Fleisch auf die Rippen. Und für mich ist eben Homelander einer der besten Antagonisten der letzten Jahre. Zuspruch oder Einspruch, Turm? Auf jeden Fall ein Zuspruch. Also das Highlight mit den besagten 15 Minuten hat bei mir schon bei 12 Minuten angefangen, wo du einfach nur da sitzt und schüttelst schon mit einem süffisanten Grinsen den Kopf. Und war das einfach nur, was kommt als nächstes? Weil die Highlights jagen sich hier. Es laufen schöne Strenge zusammen. Auch Dinge, die einige Folgen in Staffel 2 keine Rolle mehr gespielt haben, treten hier plötzlich wieder auf, sodass du auch sofort wieder drin bist. Und es ist so herrlich durch, so herrlich überzeichnet. Ich glaube, jeder wird zufrieden sein, nachdem er sich diesen ersten Druck geholt hat in Form von den drei Folgen. Vor allem, ich dachte nach diesen ganzen Ankündigungen, die gemacht wurden, der wurde gecastet, die wurde gecastet. Übernehmen sie sich dann nicht. Und im Prinzip ist das teilweise nur so ein bisschen Worldbuilding im Hintergrund, wofür die Leute da gecastet wurden. Der Fokus bleibt trotzdem auf Homelander, Yui, Butcher und allen. Und die werden dadurch ein bisschen mehr erweitert, weil eben diese anderen Charaktere ein bisschen mit der Vergangenheit verzahnt sind und wir dadurch ein bisschen mehr auch von deren Vergangenheit mitbekommen. Und das ist schön bündig erzählt. Es ist nicht ein halbes Recap, eine Folge nach dem Motto oder wo eine ganze Folge verschwendet wird, nur um eine Vergangenheit eines Charakters zu beleuchten, sondern es wird schön prägnant, aber auch wirklich am Ball bleibend erzählt, ohne zu sehr auszuarten. Kein Kritikpunkt, aber was mich ein wenig überrascht hat, war, wir wussten ja bereits im Vorfeld, dass Jensen Eccles als Soldier Boy mit dabei sein wird. Eccles hat ja mit dem Showrunner Eric Kripke ja eine sehr erfolgreiche Serienvergangenheit, nämlich Supernatural, gehabt. Und Soldier Boy tauchte in den ersten drei Folgen auf, aber sie lassen sich da, habe ich das Gefühl, durch auch schon etwas Zeit. Was ich aber relativ gut finde, denn ich finde, die ersten drei Folgen haben so einen richtig schönen Flow. Ich habe die wirklich so in einem Rutsch durchgesehen und war dann selbst total überrascht, dass es schon vorbei ist. Und jede dieser Folgen geht halt über 60 Minuten. Hättet ihr gerne noch mehr in den ersten drei Folgen von Soldier Boy gesehen, der ja angeblich sehr, sehr wichtig sein soll für die Handlung? Oder sagt ihr auch so, nö, es war eigentlich genau richtig so? Mich hat das nicht gestört, vor allem wurden da ja noch ein paar interessante Aspekte mit den Compound V reingebracht. Deswegen hat mich das so gar nicht gestört, das hat sich wirklich organisch eingefügt. Ja, auf jeden Fall. Wird auch gar nicht so weit hinterher gehalten. Er wird ja auch relativ früh durch Worte eingeführt und schön angeteast. Und es handelt sich hier aber eigentlich um die The Boys Version von Captain America. Nur mit noch mehr Klischees. So viel ist, glaube ich, nicht zu viel verraten, wenn er schon Soldier Boy heißt. Und die dritte Staffel setzt auch mit der Produktionstiefe wieder mal so geile Maßstäbe. Allein was diese ganzen Werbespots und Clips angeht und diese ganzen Markenprodukte, mit denen die sich da gegenseitig um die Ohren hauen. Es ist herrlich und das machen sie auch mit den neuen Leuten wie eben Soldier Boy, dass die in diesen kaputten, wirklich kaputten, sich selbst verliebten Werbespots omnipräsent immer so über allem ein bisschen schweben. Boys hat ja seit der ersten Folge damals oder seit dem Comic-Ursprung eigentlich schon, ja auch diesen Superhelden-Hype wirklich zerlegt. Und wir sind ja in einer Zeit, in der dieser Superhelden-Hype im Kino ja irgendwie überhaupt kein Halten mehr findet. Es wurde schon vor drei Jahren gesagt, der Comic- oder Superhelden-Boom ist vorbei, aber ich sehe von einem Ende aktuell gar nichts. Und jetzt haben wir halt The Boys. Und seien wir ehrlich, so Anti-Superhelden ist jetzt auch nicht das Neueste. Aber ich finde, kein anderes Unterhaltungsprodukt macht das so effizient, macht das so kurzweilig, macht das so unterhaltsam, so blutig, aber durchaus auch mit einem guten Konzept dahinter wie The Boys. Weil das ist ja nicht einfach nur so ein Abhaken von jetzt hauen wir mal hier dränge und machen hier mal ein bisschen ein Blutbad, da steckt ja wirklich viel hinter. Glaubt ihr, dass The Boys auch funktionieren würde, wenn es jetzt keinen Superhelden-Hype gibt? Ich meine, ohne den Superhelden-Hype hätte es die Serie wahrscheinlich gar nicht gegeben, aber mal angenommen. Glaubt ihr, dass die Serie davon lebt oder Teil ihrer Kraft dadurch zieht, dass aktuell die Kino-Landschaft ja wirklich überbevölkert wird von Superhelden? Schon. Also du hast sie ja omnipräsent, egal ob Marvel oder DC. Die und immer sind es nur die Top-Notches und die geilsten Typen und Frauen überhaupt. Du hast zwar auch mal ein paar negativ behaftete Bösewichte, aber das Gros ist ja durchweg positiv besetzt. Dann hattest du mal so einen Film, der das so ein bisschen aufbrach, Brightburn, so der böse Superman, sag ich mal. Hattest du so ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt von jedem Ding, ob es jetzt Red Sun ist, ob es jetzt von Batman ist, also Batman, der lacht zum Beispiel oder sonst was, gibt es eigentlich so ein Gegenpendant. Aber The Boys ist so allumfassend, der diese ganzen Alleinstellungswerke so schön in einen Sack packt und sich da richtig schön mal ein buntes Potpourri draus kocht, das wirklich allen schmeckt und sich da munter bedient aus allem, was so vorher da war. Aus jedem Klischee. Ich würde schon sagen, dass die Serie so funktionieren würde, aber durch diesen Superhelden-Hype, der gerade ist, hast du eben wirklich eine deutlich bessere Zielgruppe und eine deutlich breit gefächertere. Ohne diesen großen Hype hättest du wahrscheinlich nicht über die erste oder zweite Staffel was weiter heraus produzieren können. Zumindest nichts für die breite Mehrheit. Wenn sich das jetzt nur auf Comic-Adaptionen beziehen sollte, wenn wir eine Thematik mal ähnlich bleiben wollen, hast du halt wenig, worauf dann so viele Leute mit so viel Verbindung anspringen können. Ich war auch wieder überrascht, dass ich in den ersten drei Folgen so viel gesehen habe, was mich an unsere heutige kulturelle Gegenwart erinnert. Da haben sie wirklich ihre Hausaufgaben gemacht und wir mussten ein bisschen länger, glaube ich, jetzt warten auf die neuen Folgen. Aber ich finde, das Warten hat sich gelohnt. So zumindest mein Vorab-Fazit der dritten Staffel. Ich fange mal an mit meinem Vorab-Fazit. Ich fand es super. Ich freue mich auf die neuen Folgen. Patrick hat schon die ersten sechs gesehen. Aber gut, Patrick muss halt immer irgendwie ein Zuckerbrot extra bekommen. Ja, aber der Tom und ich, wir sind Diener des Volkes. Wir gucken mit euch zusammen quasi die neuen Folgen, wenn sie rauskommen. Seit dem dritten, sechsten gibt es die neuen Folgen. Die ersten drei Folgen sind, wie gesagt, bereits erschienen. Die restlichen kommen dann im Wochentaktus. Jetzt habe ich ein bisschen den Abschlussmonolog vorweggenommen, aber dabei wollt ihr ja noch euer Vorab-Fazit ziehen. Das tut mir ein bisschen leid. Also, Torben, dein Vorab-Fazit zu den ersten drei Folgen. Gut, schlecht, mittelmäßig oder ziemlich geil? Bisher ziemlich geil. Es macht Lust auf mehr. Ich habe es auch wirklich sehr vermisst und zwar eine angenehme Abwechslung. Passt super an diese Zeit. Ich habe wieder super Spaß gehabt, deswegen für mich eine der besseren Serien der letzten Jahre. Ich freue mich schon auf die letzten zwei Folgen. Ja, ja, halt uns noch vor. Ja, ne, okay. Schön aufs Brot schmieren nochmal. Gut, dann sind wir hier mit durch. Danke fürs Zuhören. Ich sage Adieu und ihr beide dürft das jetzt auch tun. Adieu. Excelsior. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung, beziehungsweise viel eher zum Ersteindruck der neuen Marvel Original Serie auf Disney Plus namens Miss Marvel. Diese wird am 8. Juni ihre erste Ausgabe ausstrahlen auf Disney Plus und wir hatten vorab die Gelegenheit, die ersten beiden Episoden zu sehen. Wir sind in dem Fall einmal der Patrick. Moinsen. Hi. Und ich, der Andi, der liebe Sam, der hier sonst für den Marvel-Content mit zuständig ist, hat es heute leider terminlich nicht geparkt. Also müssen wir beide jetzt ran, aber das schaffen wir doch, oder Patrick? Jo, ausnahmsweise. Ja, und Miss Marvel ist ja auch mal wieder so ein Superheldin, ne? Und die hat irgendwie auch schon Comics gehabt, glaube ich. Hast du diese Comics gelesen? Ja, da habe ich einige gelesen. Was ist das für eine Figur? Erzähl uns das doch mal. Also, Miss Marvel, das ist quasi ein Fangirl von Captain Marvel, von der weiblichen Inkarnation. Und irgendwann kommt so eine Art Terigen-Nebel durch einen Kampf von Thanos und dadurch entdeckt sie Superhellen-Fähigkeiten an sich. Und sie merkt im Prinzip, dass sie eine Inhuman ist. Ja, die Serie von den Inhumans, die war halt nicht wirklich beliebt. Deswegen haben sie da die Verknüpfung gecancelt und haben aus ihr jetzt eine Eternal gemacht, vermute ich mal. Und als ob das nicht genug wäre, dass sie jetzt eine Heldin ist, musste sie sich eben mit ihrem Alltag umherschlagen. Sie ist eben eine Muslima und hat sehr, sehr viele Vorschriften, die es einzuhalten gilt. Das ist also die Comic-Ausgabe von der Figur. Und da gibt es eben generell auch diesen Inhuman-Bezug in irgendeiner Form. Der ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen runtergedampft. Hier hat sie halt irgendwie so einen mehr oder weniger zufällig auftauchenden Armreif, der irgendwie familiär verbandelt ist. Und dieser Armreif gibt hier irgendwelche Kräfte. Sind diese Kräfte, wie wir sie hier in der Serie sehen, eigentlich dieselben wie aus den Comics? Auch das nicht. Die ist eher so ein bisschen wie Mr. Fantastic. Sie ist sehr elastisch, sehr dehnbar. Im Prinzip kann sie sich auch in andere Menschen verwandeln. Was wir hier sehen, das ist ja fast schon eher Green Lantern. Also die Origin wurde hier gewaltig verändert. Und das ist ja eine Figur, die haben wir sowohl in den Comics gesehen, als auch irgendwie in einem Videospiel, glaube ich, wo die zuletzt eine große Rolle gespielt hat. Hier in der Serie wird sie verkörpert von einer Imam Velani. Mal so rein vom Casting. Wie hat sie dir gefallen? Wie passt sie so in dein Bild von Miss Marvel? Sie ist sympathisch, aber durch die Origin, sie ist ein absoluter Captain Marvel Fan, wirkt sie auf mich wie eine arg gewollte Kopie von Kate Bishop. Auch weil sie die Maßzeit in lila rumläuft. Der Vergleich drängt sich da leider auf. Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist ein guter Punkt. Sie ist Fan von Captain Marvel und das ist letztlich auch der Grund hier für die Handlung. So viel sei da vielleicht mal verraten. Und sie will halt auf so eine Convention gehen, auf so eine Avengers Convention oder es ist vielleicht sogar wirklich eine Captain Marvel Convention. Hat sich dafür eben auch ihr Cosplay zusammen gebastelt. Und dann beim großen Auftritt auf der Cosplaybühne, beim großen Cosplaywettbewerb, da kommt dann erstmals ihre Kräfte so zum Tragen, zum Vorschein. Und es passieren Dinge, ja passieren halt und irgendwie passiert überhaupt in der Serie so alles so vor sich hin. Es ist nämlich eine komplette Neuausrichtung, die man hier in dieser Serie gewählt hat. Ja, mir nicht die knallharte Action möchte ich es mal nennen, wie wir sie sonst bei Marvel haben, sondern es ist mehr so, ja sagen wir mal eine andere Zielgruppe, die hier angesprochen werden soll. Das ist ein, ja wie du schon sagst, Muslima. Sie ist eine Jugendliche, sie ist offensichtlich weiblich und versteht sie als Frau. Ja, unter Umständen ist das eine Serie, die dann auch so eine weibliche Zielgruppe ansprechen möchte. Und das ist auch von der Aufmachung alles auch ein bisschen überdreht. Wir haben gerade im Hintergrund ganz viele so, ja, Zeichentrick-Animationen mit drin im Bild. Gerade so die ersten Minuten sind da voll von. Es ist schon bunt, es ist laut und es ist voll auf die Zwölf in einem sehr flippigen, sag ich mal, Weg. Wie gefällt dir das, wie ist das so dein Einstieg in diese, nennen wir es mal ganz allgemein, Aufmachung? Mich hat diese Aufmachung ein bisschen erinnert an Scott Pilgrim und Spider-Man A New Universe. Nur, ja, also diese Aufmachung, die war schick gemacht. Irgendwas hat mir gefehlt, dieses locker Flippige, das es rüberbringen will, hat bei mir nicht so ganz gezündet, eben weil der Alltag dann doch ein bisschen dröger daherkommt. Ja, ne, so dieses Quirlige, was da vermutlich ausgedrückt werden sollte, das schafft für mich die Hauptdarstellerin halt auch überhaupt nicht zu transportieren. Sie ist auf jeden Fall eine sympathische Person und gerade wenn man die Comics nicht kennt, glaube ich, passt sie auch optisch ganz gut ins Bild. Ich glaube, in den Comics, muss man einfach so sagen, hat sie einfach einen anderen Körperbau als jetzt hier in der Serie, glaube ich. Ich berichtige mich, wenn ich da falsch liege. Aber dieses Quirlige, Hippe, Überdrehte, was ein Harley Quinn hat oder auch dieses komische Eichhörnchen-Girl, das es irgendwie gibt. Squirrel Girl. Squirrel Girl. Echt, das kommt hier in der Serie von seitens der Protagonistin überhaupt nicht durch, oder? Noch nicht mal mehr die Protagonistin alleine ist hier das Problem. Sie macht das sympathisch, sie gibt sich alle Mühe. Aber wenn du dann auch noch dazu so, naja, sagen wir es mal, trockene Dialoge kriegst, dann kannst du dieses Quirlige auch vom Drehbuch her. Nicht wirklich rüberbringen. Gerade dieses lockere Umfang, dass es in den Comics auch sehr, sehr mit Marvel-Events verzahnt ist und sich und die ganze Welt so lockerflockig aufs Korn nimmt und dabei auch Religionskritik teilweise äußert und sich auch darüber so ein bisschen lustig macht. Das fehlt hier leider komplett. Also ich sage, es ist auch ein bisschen die Inszenierung, die da dran schuld ist. Ja, vermutlich ist es das. Jo, ich glaube, das ist so eine Serie, die soll halt neue Leute ansprechen, tut sie im gewissen Rahmen auch, weil man wirklich nicht viele Vorkönnisse braucht. Es ist so ein bisschen, ein Stück weit ist Coming-of-Age drin, also Rebellion gegen die eigenen Eltern, die es aber irgendwie auch nur gut meinen. Und es gibt generell eine ganze Menge, ja, Parallelen zu auch anderen Dingen, die man schon kennt. Und das ist mein großes Problem. Wer vor kurzem auf Disney Plus diesen Red Turning Red gesehen hat, ja, wo irgend so ein junges asiatisches Mädchen, wenn sie wütend wird zu einem roten, was auch immer war, Fuchs, keine Ahnung. Panda. Panda, danke, wurde. Das ist eigentlich dieselbe Handlung, nur dass die Zauberkräfte hier halt nicht von diesem wütend werden ausgehen. Aber alles andere mit diesem jungen Mädchen, das irgendwo zu einer Veranstaltung will und dann Stress mit den Eltern, das ist eins zu eins dieselbe Handlung. Und das ist auch bei ganz vielen anderen Parallelen so. Also im Endeffekt muss ich sagen, rein Story-mäßig wird mir überhaupt nichts erzählt, was ich irgendwie spannend oder ansprechend finde. Da ist nichts Neues, Überraschendes dabei. Erst recht nichts, was man nicht woanders schon mal irgendwo gesehen hätte. Und das Ganze wird eher aufgrund der Präsentation irgendwie spannend, vielleicht für irgendwen, nur auch für mich nicht. Ich habe mich echt ein bisschen geärgert, als ich das geguckt habe. Ich fand es teilweise eine Mischung aus langweilig und belanglos. Und das ist wirklich schade, liegt vielleicht aber auch daran, dass ich definitiv nicht die Zielgruppe bin. Und das, obwohl ich dem Grunde nach ja ein Marvel-Fan bin, also ein MCU-Fan viel eher, finde ich alles ganz schön schade und würde deswegen die Serie auf jeden Fall auf so Second-Screen-Niveau einstufen. Das ist was, das musst du nicht voll konzentriert gucken. Und von meiner Seite aus ist das tatsächlich auch echt schon alles, was ich dazu sagen kann, weil ich habe mich echt geärgert, das zu gucken. Ich kann jetzt noch mal ein paar andere Punkte anbringen. Ich bin auch bei den Comics vermutlich nicht die Zielgruppe, aber das wird so locker flockig präsentiert, dass ich damit mal Spaß gehabt habe, dass ich da auch so ein bisschen was über die muslimische Kultur gelernt habe. Also irgendwie schaffen es die Comics da auf irgendeiner Ebene deutlich besser zu unterhalten. Und was hier eben auch der Grund ist, wieso wir uns erstmal gegen die Recaps entschieden haben, die Verbindungen zum Marvel-Universum, die sind so gering, da siehst du teilweise so ein paar Marvel-Cosplayer durchs Bild rennen und eben diesen Armreif. Und das war es bisher an Verbindungen. Ich vermute sogar fast, dass wir am Ende nur sehen, wie sie dann mit Captain Marvel aufeinandertrifft. Viel mehr Verknüpfung sehe ich da bisher leider nicht. Und ich war da auch irgendwie ein bisschen enttäuscht, ein bisschen gelangweilt. Und das, obwohl da wirklich gutes Potenzial vorhanden ist. Also die Serie ist nicht gemeint, aber dann lässt du die Zeit gleich noch gegen The Boys antreten. Finde ich gewagt. Ja, und wir haben uns hier seitens der Tele-Stammtisch auch in Rücksprache mit dem Sam dazu entschieden, dass wir hier keine Recaps jede Woche machen werden zu diesen Ausgaben. Wir glauben einfach, dass da nicht genug drinsteckt, um das irgendwie auch unterhaltsam für euch zu präsentieren. Guckt es euch an oder lasst es beidem ganz eure Entscheidungen. Wir werden hier jetzt diesen Ersteindruck für euch aufzeichnen und veröffentlichen. Und dann gibt es nochmal eine große Staffelbesprechung, die dann auch der Sam zusammen mit dir und ich glaube der Britt-Marie machen wird, richtig? Genau. Prima. Und da können wir dann auch noch drauf eingehen, falls dann doch mehr Verknüpfungen ans MCU angebracht werden. Bisher war davon aber leider nicht viel zu sehen. Ja, dann hätte ich alles gesagt. Und ich glaube, das war schon eine Menge zu was, wo es eigentlich nicht viel zu sagen gibt. Patrick, von mir gibt es keinen Daumen nach oben. Wie sieht es bei dir aus? Nett gemeint, aber bisher bin ich unterwältigt. Alles klar, liebe Leute. Lasst uns eure Meinung wissen. Wo könnt ihr das tun? Ihr könnt das tun auf unserer Website, tele-stammtisch.de. Da gibt es eine Kommentarfunktion, auch hier zu dieser Shots-Ausgabe. Oder aber, keine Ahnung, auf YouTube kann man uns ja schauen, da gibt es eine Kommentarfunktion. Oder schreibt uns zum Beispiel mal ein E-Mail an info-stammtisch.de. Wäre voll toll, würde uns freuen. Denn wir stehen total auf Feedback. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Excelsior. Kenny, pass auf. Ich habe eine super Idee für eine Comedy-Serie. Was hältst du von folgender Idee? In der Zukunft erzählt ein Elternteil seinem Kind, wie es den anderen Elternteil kennengelernt hat. Ey, das ist eine geile Idee. Aber warte mal. Hat man das nicht schon mal irgendwann? Warte, ich überlege gerade. Beim Magnum kam es nicht vor. Beim A-Team glaube ich auch nicht. Knight Rider? Columbo? Columbo war es. Ja, genau, Columbo war es. Nee, nee, nee. Nee, ich glaube... Warte, jetzt. How I Met Your Mother. Richtig. Wow. Kennst du das noch? Ja, How I Met Your Mother habe ich wirklich damals sehr gerne gesehen. Mal abgesehen von, ich würde sagen, in den letzten zwei Staffeln, da hat es mir nicht mehr so viel Spaß gemacht. Aber ja, stimmt. Aber ich sage euch, diese Aufnahme hier, die wird legen, es kommt gleich. Und natürlich, der Kenny und ich tragen natürlich auch ziellich einen Anzug. Ist ganz klar? Absolut, nur einen Anzug natürlich, natürlich. Und wenn ihr euch denkt, kann diese Besprechung zu How I Met Your Father noch schlimmer werden? Ja, kann sie. Wir geben uns wirklich alle Mühe, hier sämtliche schlechten Klischees aufzufahren. Aber ich glaube, ich sage jetzt erstmal Hallo. Der Kenny und ich, wir durften vorab die ersten vier von insgesamt zehn Folgen der ersten Staffel How I Met Your Father. gucken, die am 8. Juni auf Disney Plus erscheint. In den USA ist es schon Anfang des Jahres gestartet. Und ich sage so viel, wir haben, wie gesagt, nur einen ersten Druck für euch, weil wir nicht die ganze Staffel gesehen haben. Aber wir können euch schon mal sagen, ob wir weitergucken werden oder nicht. Bevor wir das aber machen, kurz zusammengefasst. Im Prinzip ist es einfach das Gleiche wie How I Met Your Mother. Nur diesmal mit einer Mutter als Erzählerin, die in der Gegenwart gespielt wird von Hilary Duff und in der Zukunft von Kim Cattrall. Ansonsten muss ich sagen, fand ich die Serie, also die Folge, die ich gesehen habe, es war schon so ein bisschen wie halt die Originalserie, oder? Ja und nein. Es fängt fast exakt genauso an wie die allererste Folge von How I Met Your Mother mit einer Verlobung. Es passiert in einer Bar. Und die Wohnung, die wir aus der originalen Serie How I Met Your Mother kennen, also die Wohnung von Ted und Marshall, auch die kommt in dieser Folge vor. Ich habe gehört, es soll auch noch weitere Anspielungen und Cameos geben von How I Met Your Mother. Ich habe aber jetzt keine entdeckt. Tatsächlich, ich auch nicht. Nur, also die Wohnung fiel mir auf. Kann es jetzt ja offen zugeben. Wie gesagt, wir hatten die ersten vier Folgen, konnten wir vorab sehen. Ich habe aber nach, glaube ich, der Hälfte der dritten Folge aufgehört, weil ich muss wirklich sagen, ich hatte da wirklich keinen großen Spaß mit. Und ich mag die Originalserie ganz gerne, das ist auch so ein Kind seiner oder ihrer Zeit. Und ich fand jetzt bei How I Met Your Mother, die haben halt versucht, das so ein bisschen zu in die Jetztzeit zu übertragen. Ich fand aber, das klappte nicht mehr so richtig. Ich fand, wie du auch, da waren mir zu viele Figuren, die ich auch, muss ich ehrlich sagen, wirklich alle hochgradig uninteressant fand. Und auch diese ganze Geschichte von wegen, hm, wer ist jetzt der Vater, ist, weiß nicht, hat mich nicht mehr gecatcht. Ich glaube, dass ich vor 10, 20 Jahren How I Met Your Mother wirklich gut gefunden hätte. Aber so wirkt es auf mich einfach wie eine etwas antiquierte Comedy-Serie, die jetzt versucht, in der Gegenwart noch ein bisschen, ja, die Ruhe in den Reibach zu machen. Ich weiß es, du meinst, das Gefühl hatte ich auch. Damals haben wir es geguckt, weil es im Fernsehen lief. Damals waren wir da noch zugänglich dazu. Heute gucke ich keinen Fernsehen mehr. Heute wird das dann auf irgendeiner Plattform schaffen, in dem Fall Disney+. Ob wir das dann gucken werden, ja. Also ich muss sagen, nach der vierten Folge war ich dann endlich drin. Während der ersten Folge dachte ich mir so, okay, mal gucken. Zweite Folge war dann so, hm. Und dann in der dritten Folge war ich dann irgendwo, wie gesagt, okay, ja, das klar. In der vierten Folge war es dann so, dass ich dachte, oh schade, jetzt hätte ich gar nicht weitergeguckt. Also wie gesagt, ich habe vorher abgebrochen. Ich würde aber jedem empfehlen, jeder, der Sitcoms mag, der sollte da gerne mal einen Blick drauf werfen. Denn es ist ja jetzt schon sicher, dass es eine zweite Staffel geben wird. Und die soll diesmal sogar 20 Folgen umfassen. Das heißt, selbst wenn uns es nicht so gefallen hat, vielleicht gefällt es euch. Und eine Folge geht 20 Minuten. Das heißt, da kann man gerne mal reinschauen. Ihr seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass die Serie vorerst weitergehen wird. Von daher, ja. Hört da vielleicht nicht auf den steinharten Kenny und den humorlosen Stu, sondern macht euch da selbst ein Bild. Aber ich von meiner Warte würde jetzt keine Empfehlung aussprechen. Und du? Also wer die Originalserie mag und ein bisschen Nostalgiegefühle hat, der kann sich das geben. Also ich gehe davon aus, dass da noch mehr Cameos kommen, aber das ist dann quasi Fanservice. Ich habe momentan zu viel andere Sachen auf meiner Liste stehen, dass das keine Priorität hätte. Tatsächlich gibt es einfach zu viel anderen Kram, die man abarbeiten muss, in Anführungsstrichen. Trotzdem hat die Serie, glaube ich, Potenzial. Da sind ein paar Storyplots eingebaut. Zum Beispiel diese Beziehung zwischen Jesse und seiner Schwester zum Beispiel. Dann wird wahrscheinlich, wie ich es schon am Anfang gleich merkt, wird es irgendwie eine Beziehungskiste geben zwischen Sophie und Jesse. Das wird so ein Ding wie Ted und Robin irgendwie werden. So ein Off-and-On-Ding vermute ich mal. Ja, wir müssen gucken, was da rauskommt. Also wenn es dann rauskommt, offiziell, geht bei Destiny Plus rein, schaut euch ein paar Folgen an, macht euch selbst ein Bild und dann entscheidet selbst, ob ihr gucken wollt oder nicht. Genau. Hört nicht auf solche Bastarde, wie wir zwei es sind, sondern hört auf euer Herz. Denn so findet man Väter und Mütter. Das, was du nicht hat. Du hast gesagt, du machst das nicht doch mal. Ja, komm, tu nicht so, du hast keine Gefühle. Das stimmt, aber auch keine Eltern. Naja, okay. Gut, dann würde ich sagen, war es das von uns beiden und How I Met Your Father, zumindest hier beim Tele-Stammtisch. Ich wünsche euch noch viel Spaß da draußen mit dem Rest, was auch immer jetzt noch kommen mag in dieser Shots-Folge. Und Kenny, du darfst dann das letzte Wort haben. Ich will weiter jetzt einfach nur in Ruhe weinen. Liebe Leute, noch viel Spaß bei den Shots. Ich gehe jetzt noch ein bisschen den Stufe prügeln. Macht's gut. Yay, doch noch was Schönes. Hallihallo und herzlich willkommen zur Besprechung der True-Crime-Dokumentation Gladbeck von Volker Heise. Ich durfte die Dokumentation schon vor absichten. Vielen herzlichen Dank hierfür. Los geht's. True-Crime ist momentan der heiße Scheiß. True-Crime gibt's überall. Jeder Sender hat mittlerweile seine eigene Sparte oder Reihe. Jetzt gibt's Gladbeck auf Netflix. Was daran anders ist zu anderen True-Crime-Dokumentationen, werde ich euch gleich erzählen. Erstmal, was ist damals passiert? Im August 1988 wurde die Filiale der Deutschen Bank von Hans-Jürgen Rösner und Dieter Digowski überfallen. Daraus entwickelte sich ein 54-stündiges Geiseldrama, das damals die gesamte Bundesrepublik in Atem gehalten hat und sein blutiges Ende dann auf der Art reif fand. Ja, der Unterschied zu anderen Dokus, ihr werdet hier nicht an die Hand genommen, denn es gibt keinen Host. Die Presse hat damals alles akribisch, jeden Zentimeter, jedes Interview, sonst irgendwas, was damals damit zu tun hatte, aufgenommen. Und daraus entstand dieses Video-Dokumentationstagebuch der Entführung. Ihr bekommt aber natürlich die Orte angezeigt und es gibt auch eine Timeline, wie lange dieses Materium anhält. Wir haben viele Interviews. Besonders Digowski zeigt sich hier natürlich sehr medienfreundlich und genießt auch diesen Medienrummel und stellt sich auch immer wieder gerne für alles Mögliche zur Verfügung. Da hätten wir Interviews mit geladener Waffe vor einer Traube von Schaulustigen und Reportern, die ihm dann auch schon mal gern ein bisschen Feuer geben oder ihm dann ein neues Fluchtauto anbieten oder sich im Austausch zu den Geiseln anbieten. Selbst als ein 15-Jähriger ermordet wird, reißt diese, ich nenne es mal, Beziehung zwischen den Tätern und der Presse nicht ab. Nein, die Rettungskräfte werden sogar eher behindert, den 15-Jährigen an einer Tankstelle wiederzubeleben, bevor sie den in Anführungsstrichen abgesperrten Bereich erreichen, drängt sich halt die Presse zwischen rein, knipst Fotos, absolut pietätlos, unterste Schublade, unfassbar. Ja, es ist unfassbar, was da abläuft. Es gibt sogar eine Art Volksfeststimmung. Später in Köln wird das Auto dann in der Innenstadt von, ich weiß es nicht, ich schätze mal 100 Leuten irgendwie umringt, die Täter bekommen Kaffee serviert und die Geiseln werden interviewt, auch ohne Rücksicht auf Verluste. Und deshalb ist es, finde ich, so wichtig, dass bei dieser Dokumentation niemand dir irgendetwas vorgibt, sondern dass du dir das anguckst und dir dazu einfach deine eigenen Gedanken machst. Nach der Tat, nach dem blutigen Ende, wurde es dann auch den deutschen Journalisten verboten, die Täter während der Tat zu interviewen oder sich als Austauschobjekt, Austauschperson der Geiseln zur Verfügung zu stellen oder selbst irgendwie irgendwo irgendwas zu intervenieren. Ich weiß nicht, ob es von den Machern so bewusst gewählt worden ist. Natürlich ist sie rau und ungeschönt. Und bleibt uns natürlich am Ende der Dokumentation ein Kloß im Hals, da wir uns vielleicht selbst als Gaffer entlarven. Was ich auch sehr erschreckend fand, ist, wenn man weiterdenkt und dieses Szenario dann in unsere digitale Zeit verfrachtet, mit diesen ganzen Smartphones, Social Media und so weiter und so fort, da wird einem dann auch schon nochmal etwas Angst und Bange. Also diese Dokumentation ist jetzt keine leichte Kost, aber sie ist wirklich sehr sehenswert. Und wer sich mit dem Thema beschäftigen möchte oder es sich interessiert, dem kann ich diese Doku natürlich nur ans Herz legen. Bis bald. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gerne immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.